Klar, wenn er einer setzt, ist er all in, logischerweise. Also steigen wir direkt ein in Hand Nummer 1. Obwohl er nichts hat, das ist auch interessant. Okay, schon mal, unser Dealer sortiert noch die Bets und gibt die Setsreihenfolge ein. Wir haben Kevin mit Asskönig suited, der hier erhöht, und Bra Maroon mit der Min 3-Bet. Interessant. Stimmt ja doch wieder. Aber Kevin fackelt nicht lang und bringt die erste Lage rein. Erste Hand, erste Lage und Maroon snap natürlich all in und call. Erste Hand, geht schon gut los in der Session. Da lachen sie, da lachen sie, vor allem der Kevin. Dem macht Spaß. Und Sport kommt runter, zwei Kreuz. Wird spannend. Karo und Kevin cheert natürlich auch direkt. Also, Split Pot, erster Hand, sehr guter Start hier in unseren Livestream und in unser Replay. Direkt weiter, der Cut in Hand 2. Wie gesagt, wir hatten ja technische Probleme, deswegen habe ich hier direkt weitergecuttet. Geht direkt weiter die Action ohne Ende. Hier mit Ace Queen. Wir haben F78, der hier die Jacks direkt reinstellt und Knut hat die Entscheidung auf Sied 8 mit den Pocker-Tents. All in, all in, all in, alles all in. Gut, ist ja nicht der Kandidat, der locker mal die Chips reinbringt, Preflop. Ja, aber gegen F78, seinen Arbeitskollegen und Buddy. Dabei, rein damit. Da juckt sie natürlich schon. Der war auf, ehrlich. Ja, überlegt und überlegt. Könnte es jetzt den ganzen Tag so gehen? Hat offensichtlich eine sehr schwere Entscheidung. Er trifft die Entscheidung und spielt mit. Also F78 gegen Knut, Pocket Jacks gegen die Pocker-Tents. Interessant, dass ausgerechnet die beiden gegeneinander spielen, nachdem Kevin und Baroon gegeneinander gespielt haben. Schauen wir mal, was Cashinbar hier aufs Board legt. Ja, Ast 3, 4. Zwei, und jetzt hilft nur noch die Zehn. Kommt aber nichts. Und F78 gewinnt gegen Knut. Zweite Hand, zweites All in. Direkt die Lage. Ja, Wahnsinn. Crazy Start in die Session hier. Am Sonntagmorgen unsere Pocker-Martinier. Wir hatten ja einige technische Probleme. Deswegen hatten wir jetzt auch ein paar kleine Sound-Artefakte noch gehört hier am Anfang der Session. Ungefähr ab der Hand habe ich dann das Mikrofon ja gemutet, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Und ja, jetzt sollte eigentlich alles soweit passen. Was technisch auch noch ein bisschen problematisch war, wenn ich nachher möchte, muss auch eingehen. Die Lichtverhältnisse, weil wir ja am Morgen gespielt haben, rolle ich auf dem Fenster auf, weil es so warm war. Dementsprechend wirken die Kameras ein bisschen überbelichtet oder haben so einen leichten Blaustich. Lasst euch davon nicht irritieren. Aber man kann auf alle Fälle dem Pokerspiel gut folgen. Das war die Hauptsache. Ja, ich habe jetzt natürlich gerade den Vogel abgeschossen. Wollte jetzt mal schön hier anfangen, alles umzubauen, dass ich hier das Voice-Over einsprechen kann. Stellen wir ein Glas Wasser hin. Und was mache ich? Kippe original einen halben Liter Wasser direkt über die Tastatur, über den Lautsprecher und auch über das Mikrofon. Musste ich erstmal jetzt notfallmäßig hier alles trocknen. Hat aber alles überlebt. Ja, kann ich nur sagen, habe ich gut gemacht. Jetzt, guter Start hier in das Replay, guter Start in das Voice-Over. Aber ich kriege es hin, ich gebe alles und ich hoffe, die Spieler geben auch alles. Habe die Session ja mitbekommen, war ja hinten dran, wollte eigentlich moderieren. Von daher weiß ich, da kommt noch einiges auf und zu in der Session. Mal hört es im Hintergrund, da bin ich am Computer am Arbeiten. Und so lange sieht man hier einfach Kevin im Bild in seinem Sonntagmorgenlichen Outfit. So nenne ich es jetzt einfach mal, hat sich natürlich wieder in Schale geworfen für die Episode 12, unser Staffelfinale von Season 2. Weiter geht es mit Hand Nummer 3. Pizza einlesen? Ja. Da haben wir schon mal nicht ganz so starke Starthände. Also ich glaube Preflop wird da wahrscheinlich nichts gehen. F78 mit dem Straddle. Pizza öffnet hier. Und Kevin mit den Pocket-9ern. Oh, Kevin mit der 3-Bet. Interessante Entscheidung. Aus dem Big Blind. Ich will hier offensichtlich den Ton angeben in der Session. Aber den Vize wird man nicht so schnell los. Und auf dem Board schon dreimal ein Vize hier und dem Gutshot. Hast du schon? Nee, nee. Achso, Kevin. Wird hier nie folden. So viel kann ich schon mal verraten. Kevin mit der Conti-Bet. 1,50. Downsize. Interessant. Pizza natürlich mit dem schnellen Call. Warte, 5. Ist ne Blank. Genau, bis zum 12 da. Boah. Okay. Check, check. Die Action. River, 8. Wird dem Kevin jetzt eigentlich eher gefallen. Wenn Vize hier sowas wie King Jack hält oder ähnlich. Wir lassen uns was hier noch halten. All in bed. Weiß ich auch nicht. Will dann Vize hier von der Hand runterkriegen. Wenn ja, von was? Junge 10 oder irgendeine andere 10. Vielleicht, aber unwahrscheinlich, da der Pott schon so groß ist. Vize auf alle Fälle mit der ersten Entscheidung des Tages. Der erste Vize-Moment. Wunderfolded. Also, nice hand hier. Kevin mit dem Pott. Auch wenn er maßlos übernichtet ist und eigentlich nur blau wirkt. Oder du erinnerst mich zwischen den Pott. Nice hand hier von Kevin. Also, maximaler Druck am River. Ja, guter Auftakt in die Session hier, würde ich doch mal sagen. Drei Hände und schon massig Action hier von den Spielern. Und kann man nicht meckern. Drei Euro ins. Das war super. Voll geil. Die da macht seinen Job gut. Ja, Cash and Bar sagt's hier. Ja, zu mir werde ich hinten dran stehen am Tisch. Sonst sieht man die staubigen Fensterscheiden. Jetzt sieht's schon besser aus. Also Fenster ein bisschen runter. Der Rollo sieht man auch den Kevin. Sehr gut. Ja, war auf alle Fälle eine schwierige Session. Zumindest in der Vorbereitung. Da uns ja vorher zweimal das Film quasi abgekackt ist. Die Technik versagt hat. Das ist schon unglaublich. Weil ich wurde so überhaupt in Zügen laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Auch wenn wir jetzt in dem Fall keinen Live-Kommentar hatten. Und ich den jetzt hier nochmal einsprechen muss an der Stelle. Bin ich froh gewesen, dass wir dann trotzdem noch zumindest die Aufnahme geschafft haben. Oder gerettet haben. Das war nicht gestreamt. Die Spieler waren auch happy, dass wir mal wieder spielen konnten. Was ein bisschen blöd ist, ich habe jetzt hier bei dem Replay keinen Einfluss auf die Bildregie. Das ist ja quasi so aufgenommen, wie es dann quasi am Tisch gespielt wurde. Das heißt, immer der letzte Gewinner wird eingeblendet. Und das auch bis die nächste Hand startet. Das heißt, wenn Carlos oder ich hier am PC noch rummachen, haben wir leider so ein bisschen Längen drin. Ich bin auch gerade im Hintergrund am Agieren und Hantieren. Ich bin auch gerade im Hintergrund am Agieren und Hantieren. Jetzt geht es, glaube ich, weiter. Endlich mit Hand Nummer 4. Alles schwierig, alles schwierig gewesen für mich. Wir gucken uns aber mal wieder die nächste. Hallo, hallo, hallo. Ja, da hört ihr mich nochmal im Hintergrund ein bisschen palabern. Aber es wird nichts helfen. Soll ich das Daten einlesen? Weißt du? Der ist doch gerade auch auf dem Weg. Der funktioniert auch nicht, wenn ich sehe. Man hört so den Hintergrund. Ab und zu taucht der Sound nochmal kurz auf. Aber sehr bald werde ich da aufgeben an der Stelle. Hand Nummer 4. Achso, für Holger. Er öffnet hier die Hand. Der war in Spiellaune an dem Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Morgenstunde scheint einige Spieler beflügelt zu haben. Klingt mit dem Call. Hast du eigentlich eine Dorfkarte? Nicht mehr. Das ist aufgegeben. Das Board kommt runter. 2, 2, 10. Natürlich ein Traum für Knut. 3, 2, 1. Das ist jetzt in so eine Gruppe. Dongt hier auch direkt rein. Hast du weitergegeben an ihn? Raze? Naja, zu viel. Maroon entscheidet sich hier von Holz. Und dann ist Clay. Es gibt dem Glück nur keine starke Hand. Knut nun im Call. Das ist ein bisschen mehr gemacht. Das ist ein Karo. Es gibt genug, die ein bisschen mitzahrende Dauertalung haben. All in. Jawohl. All in von vorne. Anderthalb Putzweiß. All in Push. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also an Knuts Stelle muss man einfach cool bleiben. Maroon hat jetzt natürlich hier noch den Karo Draw. Aber kann nicht weiterspielen. Setzgröße viel zu hoch. Also völlig überreizt hier von Knut. Schade eigentlich. Hätte Knut gecheckt. Hätte Maroon sicher nochmal gesetzt. Mit dem Karo Draw. Und Knut ist soweit vorne hier mit seinen Trips. Da gab es eigentlich wenig Gefahr. Hätte man auch gut checken können. Die frühe Morgenstunde. Und vielleicht auch das erste Kaltgetränk. Das verlorene All in gegen F78 haben Knut hier wahrscheinlich schon ein bisschen zugesetzt. Egal. Gewonnen ist gewonnen. Also Knut. Wer die Hand gewinnt, hat recht. Da geht es mit Hand Nummer 5. Ich muss zum Beispiel auch nicht probieren. Joker. Probieren kann ich. Dafür sind wir da. Doch. Ja schon. Das machen halt alle. Hälter da extra Karten. Klaus Baden einlösen. Und Joker gegen... Kevin auch noch. Joker gegen Heidenheim. Dann hoffst du Starthinder unterwegs. Klaus Kartenaufruf. Schau mal ist er eröffnet. Und den Kroniswurf. Sehr wahrscheinlich. Klaus mit der gleichen Hand. Nur den Call. Weil da alle sagen, komm dann hoch. Das lege ich hier Kevin am Button ein natürlich. Klaus Kartenaufruf. Und Knut wird natürlich auch. Bigglein. B-Foden. Ich habe eine schöne Hand, wenn es Kruise im Bigglein. Aber die Callte nur. Schöne, schöne, schöne. Kommt runter. 4, 5, 9. Genial hier für Kevin. Mietestunden, 10? Nee. Da ist Action vorgezeichnet. Smile Pick auf dem Board. Baumeister mit der Conti-Bett. Also das ist jetzt nicht so... 1,5 ist die Conti-Bett. Und Kevin. Mit dem All-In-Push. Seid ihr das halt jetzt wie jetzt Bauarbeit. Knut foldet sein Overpair. Interessant. Das war jetzt völlig okay. Ohne langes Überlegen. 5 Baumeister. 5 ist All-In oder? Instacall mit seinem Flashtrawl und Overcards. Kommt natürlich auch nicht mal raus aus der Hand. Also 5. Hand. 4 ist All-In. One-Time. Ohne. Da kommt das Pick. Ja. Und Kreuz am River. Kreuz Ass. Also die Hand geht an Baumeister hier. Der Flasch kommt an. Kevin hat hier eigentlich maximal protected. Kann er gar nicht mehr machen. Baumeister zieht. Und ordentlichen Pott. Dadurch, dass die anderen Priefer drin waren. Den größten Pott bisher in Hand Nummer 5. Nice Hand. Macht er gut. Wer war erster Button? Roland, oder? Und jetzt. 5 ist über 6. Ja. 6. Hand. Also da geht auch einiges, ne? So, das macht sein Strater. Birk in sich versunken. So viel Action um ihn rum. Und er kann nicht mitspielen. Das juckt ihn wahrscheinlich brutal in den Fingern. Aber dann muss er durch. Viel Verlauf. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Meiner Meinung nach. Ach, halt mit dem Double-Shot oder Dirk. Er will auch möglichst schnell in die Action reinkommen. Gut, gut. Heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also Stream und Table funktionieren. Moderations-Sound funktionieren nicht. Aber die Maus ist da. Die Maus ist da. Die Maus ist auf dem Tablet. Hier kommt die Maus, ja. Was heißt, die kann ich nicht hören? Das ist immer abgabend. Das ist dieses Problem, was ich jetzt ja gemeint habe. Ich bin jetzt gerade nicht gelöst. Blick auf die Schnelle. Genau, an der Stelle kläre ich den Tisch. Das war nur die Action aufnehmen und nur den Tisch springen. Da habe ich es dann endgültig aufgegeben. Also raus hier, eröffnet die Hand. Pin-Race, interessant. Das ist natürlich zwei Caller hier von den Stretlump. Aber das tut leuchtend. Wir sehen alle Action. Was war nochmal das Problem? Hocker-Pick-2 war das doch, oder? Andersrum. Ja, genau. Trick-8 Cent, oder wie heißt der? Trick-10. Check, check, check. Aber es ist egal. Ja, Ass hochfloppt, checken alle durch. Das wäre echt eine gute Gelegenheit gewesen für einen Klaus hier, wenn er konnte, den Pot klar zu machen. Genau. Am Turn will er auch nicht, der Klaus. Und der River ins Ass. Vormeister hier, beste Hand mit König hoch. Machst du dann keine Stats? Checkt. Will hier den Showdown billig erreichen. Und gewinnt natürlich. Nein, nein. Ich hatte ein Ding jetzt wenig. Kiko. Was ist das? Gewinnt die Monster. Ja, easy game. Easy game. Ja, läuft einfach hier für Baumeister die Session. Klaus verpasst. Verpasst du gleich den nächsten Orbit macht und dann mache ich den Kaffee und Rätseln und durch alles. Verpasst zweimal hier die Bett. Und Baumann ist verbaut, sein Chip-Lead aus. Aber ist ja noch nicht passiert, die Session hat gerade angefangen. Im Hintergrund haben Carlos und ich dann schon mal ausdiskutiert, dass ich dann auch noch ein bisschen dealen kann. Das heißt, ich werde nachher auch noch mal am Tisch sitzen als Dealer. Dealer, Tentakel, wie auch immer. Habt ihr Zeit in der Session? So, I am a Strever. Ah, Birk mit dem Straddle hier und Feetzer eröffnet. 7, 2 suited. Interessant. 7, 2, 7, 2's Game ist ja live bei uns. Allerdings off-suit. Das ist der Feetzer hier, das gleiche in suited open race. Interessant. Klaus mit der 3-Bet. König 3 suited. Sonst hat er niemand getroffen am Freitag. Auch interessante Kartenauswahl. Knut am Button mit dem Cold Call. King Jack. Und Feetzer wird natürlich auffüllen. Sehe ich hier nicht vorhin. 3 Spieler. Knut hier mit der vermeintlich guten Hand setzt hier in Position 2 an. Feetzer mit dem Treffer geht auch in. Hat er nur noch einen kleinen Stack. Und Knut ist hier committed, muss call mit seinem Gutshot. Hector Flashtrauer noch. Und man sieht, sie sind fast gleich auf. Prova Karts hat er auch zu 7. Interessantes Setup. Da kommt der Junge. Was macht's für Knut? Und der River ist die 10. Knut nimmt hier Feetzer vom Tisch. Stahle, Stahle. Interessant. Ohne Treffer, aber trotzdem fast 50-50 am Flop. Hat er auch selten. Moment. Das ist auch so, dass sie genau geraced haben. Das ist selten, wo? Hab ich erst 10. Tschüss und drangekriegt. Mal mit dem Knut guttun, nachdem er da am Anfang die Hände ein bisschen abgeschenkt hat. Dass er hier gleich mal einen Pot zieht. Gut für die Moral. Gut dann auch für den Tisch und die Action. Ja, was wir später noch haben werden, kann ich schon mal vorwegnehmen ein bisschen. Wir haben trotzdem um jeden Orbit einmal eine kleine Stats-Pause, wo wir dann kurz die Zwischenstände einblenden. Das habe ich dann manuell noch gemacht. Das wird es dann auch immer schön sehen. Da haben wir zumindest einen Ergebnissverlauf für die Episode. Mal gut. Ich habe den Mut wieder gut drauf heute. Statt zwei, drei, sind sie acht Stunden bei diesem Scheiß-Konferenz. Das ist ein bisschen ja nicht schön. Vielleicht brauche ich schon noch zwei neue Rechner oder so. Den habe ich ja gerade neu gebaut. Das ist kein vorher Rechner drin. Deswegen läuft das Zeug nicht. Okay. Aber ich stelle es bis dahin. Nicht veraltet. Ja, am Tisch wird noch mal diskutiert, woran es liegt und was man machen kann. Die Technik, die Technik, ich sage es euch. Aber das ist ein anderes Thema. Da komme ich dann vielleicht noch mal in einem anderen Video drauf zu sprechen. Und um acht. Birk hier mit der 3-Bet. Spielfreudig, die sind dann. F-78 und Knut callen hier die 3-Bet von Birk. Ja, Baumeister sagt es, spielfreudig. Das sind sie. Das Board kommt doch runter. Dame, Junge, zwei. Und wieder mit seinem Gut-Shot. Baut hier gleich den Druck auf. 3-20. Und Birk steht es da mit seinen Pockets. Und muss folgen. Auch F-78 kann ja nicht viel machen. Nice Hand hier, dass der Knut gesetzt. Aggressivität setzt sich hier durch. Macht da gut, der Knut. Kann ich gar nicht anders sagen. Nice Hand, Knut. So, also es ist soweit Erster Orbis gespielt. Kurzer Blick auf die Standings. Baumeister vorne, hatte ich schon gesagt. Klaus, Knut und Birk sind die aktivsten Spieler. Nach acht Händen, noch nicht Aussagekräfte, die Stats. So, warte bitte. Ein kurzer Überblick. Und so sieht, Baumeister. 100% Winrate. Der hat wirklich... Das kommt jetzt aber formal noch. Naja, der hat die Hand in One einfach. Mehr kann man da nicht sagen. Also... So, jetzt haben wir den Dealer Change, den in den Kündigen. Dadurch, dass ich ja quasi frei bin in der Session von meinen Moderationszwängen, kann ich hier mal einspringen für den Cash and Bar, unser Dieter Chintake. Und der kann dann Kaffee kochen und Butterpätzeln schmieren für die Meute. Sonntagmorgen, da sehe ich auch nicht so ganz kusch aus. Oh, die sind nicht gut geschlafen, aber für ein bisschen Bieren reicht es wohl für die Runde. Wenn ich mir den Rest so angucke, die sehen auch noch nicht so munter aus. So, alle soweit fit, alle munter, allerbester Laune. Pizza erholt von dieser schwarzen Eisbäh. Ist das schon für drei? Es gibt was, was wirklich genau gleich schmeckt. Okay, noch mal eine Runde Kaffee. Sehr gerne. Also eine mit Butter, ja? Ja. Laugenstange. In dem Fall wahrscheinlich Laugenstange, ja. So, ich orientiere mich mal ganz kurz hier am Tisch. Deswegen hat es kurz gedauert. Kappe nach hinten. Freie Sicht für freie Diener. Und geht direkt los. Drei Straddle in Folge. Die Spieler sind motiviert. Und Birk hat hier noch seinen Rest-Stack übrig. Nach dem Dreifelsviertel von F78 ist King-Ten hier. Auf alle Fälle nachhand, die reingeht direkt. Und Ace-King sowieso muss im Klaren. Klaus Pass. Kann der Diener das noch tocken? Was war das? Der hat ja auch noch ein bisschen Line-Ministack. Stellt er ja auch direkt rein bei den Ort. Da haben wir direkt drei Spieler an den. Da sehe ich einen König. Da sehe ich einen König und natürlich eine Dame und eine Sechs. Ja, eine Dame und eine Sechs. Was bist du denn da drin? Habt ja nichts mehr. Drei gerade. Also gute Action hier zum Auftrag von der ersten Hand. So steht es geschrieben. Alles klar? Wann rein, nehme ich an? Eija. 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 Das sind so gut. Guter Dinge alle. Und wieder Rollin. Dreifach Rollin. Jetzt noch nicht. Ich verbringe es mir nicht. Und 10, 9, 2. Wie bist du bereit? Birk trifft dir die 10. 2 gehutscht. Die Vize. Oh. Die 6 für Kevin. Beide. Alle haben noch Chancen. Da kommt das Ass. Und der River. Ja. You will come. Ass. Hey, es kommt. Hey, es kommt. Hey, es kommt Space. In der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit. Leverkusen. Leverkusen. Wow, 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 wow. So macht man es ja. Münder, Bayer-Leverkusen, Anhänger, Leverkusen, macht ja in der Nachspielzeit top her und gewinnt den Pott. Zwei Spieler von sich. Nice Hand hier vom Pizza. Die sind schon gut. So, Birk. Und Kevin. Also, die Session hat es in sich. Die Spieler geben hier Gas. Die ersten neun Hände waren Action gepflegt. Ein und ihn nach dem anderen. Füttert. Wow. Falsche Hoffnung machen. Ja. Toller Dieter. Aber so wie ist wichtig. Damit jeder was hat. Ausgleichende Gerechtigkeit. Aber natürlich überhaupt nicht. Ja, nee. Das ist auch was gemacht. Aber halt nicht. Und da unser Top-Donator. Unser Top-Jira. Mangus haut 1000 Bits raus. Eine Maschine der Mangus. Das ist unser treuester oder einer unserer treuesten Supporter. Tipptopp. Die Alerts haben Gott sei Dank funktioniert im Stream. Das habe ich immer, immer gern gesehen. Und Mangus, muss man auch sagen, hat so eine leichte Twitch-Affinität. Der ist immer gut ausgestattet mit Bits und Subs und allem. Und haut die auch gern raus. Lieber Mann. Ich hoffe, der spielt mal wieder mit in Season 3. Auf alle Fälle. Gruß geht raus an den Tisch von Menge Z0. Ah, das sieht man ja auch. Das neue Gruß-Feature an den Tisch hat wohl auch funktioniert im Stream. Sehr gut. Nice. Gartisch wird alles in Season 3 nochmal intensiviert. Ich hoffe, ich kriege das in den Griff, die technischen Probleme. Dann wird unser Stream auch noch ein bisschen interaktiver. Ein kleiner Vorgeschmack ist das schon mal. Check. Ja, Hand Nummer 10 habe ich jetzt gerade die Action ein bisschen übersehen. Vier Spiele auf alle Fälle am Flop. König hoch. Jeder hat so ein bisschen was. Um 6.3 in Open Ender. Dann Birg mit dem Treffer. Check. Ein Klaus, der eigentlich gar nichts hat. Fängt jetzt an zu setzen. Interessant. 1,25. Er kriegt hier auch zwei Calls. Er hat versucht, den Tod zu kaufen und dann gleich gemerkt, da gibt es wohl Gegenwehr. Klaus geht raus an den Tisch von WD-Katheten 91. Der River ist der Junge und Birg setzt an von vorne und die Gegner vor natürlich haben wir ja nichts. Also beste Hand setzt und beste Hand gewinnt. Ja, Birg zieht hier einen Pott. Würde ihm auch gut tun, dass er hier mal eine Hand gewinnt. Nachdem die Action so ein bisschen an ihm vorbeigegangen ist am Anfang. 10Q-Fose, 24 Longmans auf Subscribing Menge Z0. Ah, Wenz, 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 24. Abo in Folge. Sehr gut. Ja, das ist noch so ein kleiner Bug, den ich noch drin hatte bei der Aufzeichnung. Alles Gute, Wenz, so gut, so viel Glück und so. Genau, Wenz, das hat auch noch kurz gehabt an dem Tag. Ich bin auch noch da zu sehen, ja. Jetzt nochmal das Grüße vom Tisch. Ja, an dem Tag hatte ich leider noch eine Funktion aktiviert, dass im Grunde alles vorgelesen wird. Von daher werden jetzt wahrscheinlich so ein paar Sachen einfach noch vorgelesen im Laufe des Streams. Das soll dann in Zukunft natürlich anders sein. Vielleicht noch zwei, drei in Willis Tal. Das ist schon super. Ja, die sind, die Eilen sind jetzt irgendwo in Frankreich. Die kann bleiben noch nicht. Ich muss sie mir angucken. Ich muss sie mir angucken. Gut, mach das. Oh, 75. Gut, schätzt doch. Oh, ist ja ausgerutscht. Ich muss sie mir doch mal einmal angucken. Ich muss sie mir doch mal angucken. So, Hand Nummer 11. Knut eröffnet hier. Aus früher Position. Interessant. Ich muss sie mir doch mal erzählen. Oh. Ähm. Ich muss sie mir gerade mal direkt проходe. Ichlinge mal voll. Ich vergele! Ich sch territory. Ich schließe Spec hypo. Check, check, check. Ich komme jetzt erstmal hin. Das geht nicht weiter. Lauf an. Birk in Position, spielt hier Drittel-Pot an, kleine Bett, Kevin mit dem Treffer hier und Calls. Auch Knut mit dem Call. Spekulativer Call hier vom Knut. Die Karte ist natürlich in Raum, Knut macht ein Paar, Kevin mit dem Tupair und Knut in Spiellaune. Mit der Bett? 1,50. Birk merkt es. Zwei Gegner, da ist mit der 2 wo nichts zu holen. Kevin hier, all in. Ja, ist ein bisschen viel hier für Knut. Ja, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Er ist vorbei, deswegen muss er nun wieder fragen. Kevin wins. Nice Move hier von Kevin, wobei er hier nicht das Maximum rausholt, da wäre ein kleines Race wahrscheinlich besser gewesen. Gegen die spezielle Hand, auf alle Fälle. Nice Hand. Steht gegen den Pott. Ja, man merkt es, Knut beschwert sich, er sieht nichts. Was meint er oder nicht? Wir haben ja am Pokertisch links und rechts der Mitte einen Monitor hängen. Da hatten wir früher immer den Kontrollmonitor. Da hat jeder Spieler immer schön gesehen, wer dran ist und was im Pott ist. Du hast gerade gewonnen. Der Moderations-Sound geht heute nicht, deswegen alles vom Tisch. Dafür alles live in Farbe mit Chat. Wenn gemischt wird, ist der Chat lesbar für uns. Ja, genau, kurze Info in Menges. Also weiter im Thema. Genau, wir hatten diesen Kontrollmonitor immer auf dem, wir hatten den Kontrollmonitor immer auf dem Monitor und die Spieler konnten quasi immer die Bets sehen und wie viel ist im Pott, wie viel hat der Spieler noch hinten dran und so weiter. Das hat dazu geführt, dass alle immer ständig auf diesen Monitor geguckt haben und im normalen Pokerbetrieb ist es ja auch nicht möglich, dass man da einfach immer die ganzen Daten einsehen kann. Deswegen haben wir das jetzt auf das Tablet gemacht, was ich hier vor mir liegen habe. Da sieht man es eigentlich ganz gut in der Einstellung. Führt aber dazu, dass die Spieler jetzt so ein bisschen von ihrer Gewohnheit abrücken müssen und auch ein bisschen unzufrieden sind, weil sie eben nicht mehr sehen, wie viel hat der Spieler hinten dran, wie viel setzt er. Die müssen jetzt halt dann quasi auf den Tisch gucken oder mal nachfragen. Ist auf alle Fälle eine Umstellung, aber ich denke, die ist gut fürs Game. Wir haben jetzt natürlich einen klassischen E-Double-Mitspielen-Pot, Rune mit dem Open-Race hier und alle Callen. Sechs Spieler am Flop. Weißt du, was das bedeutet, Knut? Ja, dann gibt's die Karten, jedenfalls die Leute, das. Sport kommt runter, Ass hoch, mit zwei Pick, interessant. Knut donkt hier rein, in sechs Leute, in fünf. Rune hat hier Easy Game mit seinem Stack. Jörg holt hier einen Treffer, interessant. Gibt's hier jetzt mit dem Flaschtraum. Vielst du noch mal einen Kaffee oder jetzt Kaffee? Hat jetzt hier eine Entscheidung, sieht natürlich super aus. 605? Sind schön verstaut. 30. Oh, Knut hat. 40. Hab sofort geöffnet. Knut 6, 30. Ne, 6, 5. Entschuldigung, 6, 5. 6, 5. Nein, das war's kurz. 90. Dann gibst du die nächste Entscheidung wieder. Wieder in den Vize-Moment. Das ist kaffee da zu. Ne, aber die Lautsache nimmt schon. Über Prezel und Prezel und Hundenlaugung. Haben wir fast. Äh, bestimmt Prezel gibt's auch. Das wird ein Bett. Ich hab mehr Prezel als Stangen geholt. Ach gut, das ist ein bisschen. Danke. Ich würde gerne noch ein kleines Ganter sehen. Kevin und Rollen. Nichts. Natürlich nicht. Der fackelt da nicht lang. Oh, Klaus. We raised all in. Und Knut foldet seinen Ast. Nach der Action. Interessant. Oder was? Geh an, ja. Ich glaub ich nehm auch einen. Ich glaub ich nehm auch einen. Einmal? Und zumal mal. Ja, ja. Ich hab Zeit. One time? Deswegen hab ich ja überlegt. Hey, shit. 6 was? 6 was? 6 was? 6 was? 0,6. 0,6. 0,6. 0,5. 0,5. 6 hab ich. 6, 6. 6, 6. 6, 6, 6, 8. Und der River. Blankt die zwei. Ei, ei, ei. Also. Kevin brickt hier. Oder der River brickt für Kevin. So rum. Flush-Troar kommt nicht an. Wounds. Ace, King, Hells. Eigentlich unglaublich bei der Action gegen 5 Spieler. Hätte er verloren gegen F-78, der hier Trips gemacht hätte am River. Aber, ja. Die Hand hat sich richtig entwickelt. Dadurch, dass Knew hier reingedompt hat, hat die Action und Flop Fahrt aufgenommen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Knew hier nicht reingedompt. Maroon hätte trotzdem reingestellt, ohne die Action vorne dran. Hätte der Vize vielleicht gekonnt, der hat Kevin gekonnt. Also man weiß es nicht. So ist auf alle Fälle super gelaufen. Und Maroon zieht hier den größten Pot der Session bisher. 300 Bitlines. Nice Hand. Wobei, nur mit der Euling gegangen wäre. Das ist tatsächlich der König. Ah, super. Na, Cash & Bar, unser Dealer-Tentakel, wird zum Küchen-Tentakel. Und er überbreicht hier eine Produkte nach der anderen. Ist das dieses Nutella-Red oder was? Nee, das ist Nutella-Red. Ja, ich hatte ja zwei Kisten, zwei Sechsten. Ich hatte die Sechs getroffen. Gab Marmolade. Was hat das für zwei Sechsten? Ich hatte sechs Acht im Peak. Und die Sechsten war SSS ja gekommen. Ja. Ich als Spielerwache auch so langsam auf. Wir haben dann nichts getroffen, aber... Sieht ja auch schon ein bisschen motiviert und fitter aus. Aber ich war tatsächlich noch ein bisschen verpennt. Ich muss davon ausgehen, heute Abend, heute Morgen. Kommt mal auf heute Abend. Das weiß kein Mensch. Weil du schon drei Bier getrunken hast. Ray is 50. Das ist eine Poker-Matte-Idee-Knopf. Das haben wir doch schon gesprochen. Das ist natürlich auch mal wieder Feuerwehreinsatz direkt vorm Fenster. Sorry dafür. Aber das gehört einfach dazu zur Poker-Location. Wobei, das ist Krankenwagen, oder? Irgendwas mit Blaulicht-Pferd vorbei. F78 im Smallband mit der 3-Bett. Eine kleine 3-Bett. 1,30 auf 50. Aber dann können wir nicht rauskriegen. Und so ist es auch. Boah, hat kommt runter. Was, Junge? Fünf. Kevin hier mit dem Gutschot. Das ist so schlecht, finde ich den hier da jetzt doch. F78 mit der Conti-Bett. Irgendwann ab, wie groß wird die. Die wird groß. 2,40. 2,40. Fast Potz. 2,40. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin hier weiterspielt. Der F78 hat doch ein tightes Image. Wie das immer war, äh, ich weiß jetzt. Und ohne Zusatz-Outs oder Backdoor-Outs auf Kreuz wird der Kevin hier nicht weiterspielen. Naja, das Ganze läuft. Wo hängt's? Na, Kevin. Ja, hat sich ein bisschen Zeit genommen für die Entscheidung, aber holtet hier. Ich präge nochmal nach, ob das ein Bluff war, aber also F78 ist dann doch eher. Naja, tight. Na doch, tight kann man schon sagen. Also spielt schon eher stärkere Hände. Kann man schon holen dann, den Gutschot, Kevin. Also hast du richtig gemacht. Und per Playoff-Effekt von F78, dass er hier das Ass zeigt. Friendly Poker. Haben doch gewonnen. Unterstütz' ich. Na ja, ähm, jetzt bin ich den Spielverlauf zu sehen. Jetzt bin ich den Spielverlauf zu sehen. Das ist gut zu gut. Da waren sie schon alle zu sehr mit dem Schlusspfiff beschäftigt. Aber ich will das. Ja. Nein. So, weiter geht die Action. Hand Nummer 14. Straddle von Baumeister, Doppelstraddle von Dirk. wir haben spielbare hände dabei. denn kevin wird hier direkt eröffnen. zu recht auch. so loose wie die ganze runde hier bisher gespielt hat. sehe ich hier auch ein klares raise. a7 suited. maroon folded die zweier. kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. sind ja doch schon teilweise ein bisschen deeper die spieler. gut kevin jetzt nicht. baumeister mit dem call. und birg mit 3 bett. mit ace king im doppelstraddle natürlich dankbar. 450. auch eher auf der kleinen seite. was ist das? 6 euro oder was? hey tschau. tschau heißt false. kevin on in knut folded. total schwierig wollte hier mal drei karten hier zu sehen. bierg natürlich mit dem call hier. schlechte nachrichten für kevin. ace king. ace 7. na gut. immerhin. 34 prozent. also 2 zu 1 hier. das chancenverhältnis. one time. so jetzt fehlt noch 4. kannst du Klaas mitnehmen. für 5-4 gemacht. drück mir Klaas mal die daumen. und die 7 kommt auch. aber Klaas ist noch im rennen. da ist dann gleich der könig hier für birg. und der river. die blankt die 8. also die beste hand gewinnt. birg turnt den king und gewinnt die hand. schade für kevin. aber es ist natürlich immer schwierig bei so viel straddle action hier. die stackgrößen sind dann halt einfach klein. also beim doppel straddle sind die blinds ja effektiv dann höher. 25,50. da kommt der kevin da mit asid nicht mehr raus. ja. mehr frucht. also erz ja hinwer. so wird wird's freuen. zielte den pot. ja ist gut. vielleicht soll ich lieber den so farb. kala. ich wünsche mir auch ein bisschen was von der marmelade auch. ja machst du. ja und zur feier des tages bestellt der birg sich auch noch mal eine breze mit marmelade. was dir schmecken dirk wenn sie dann gleich kommt. cashewbar hat ja noch groß referiert dass er marmelade gekocht hat. die kann ich auch bestätigen aus erster hand. ist auch ganz lecker geworden. eine gemischte waldbeeren marmelade. so hand Nummer 15. das heißt noch eine hand bis zur nächsten stets unterbrechung. und da ich ja jetzt hier schlauerweise ein voiceover mache in meinem videoschnittprogramm kann ich dann einfach auch mal kurz auf pause drücken und mich kurz erholen. das ist eigentlich ganz angenehm. geht ja im livebetrieb nicht so direkt. aber entdecke die möglichkeiten. das ist gar nicht so verkehrt hier mit dem voiceover. muss ich ganz ehrlich mal sagen. so wieder ordentliche preflop action hier. raumeister mit der drei bett aus dem big nine. vize called, kevin called, maroon called. also die pocket pair sind unterwegs. vize hier auch mit einer guten starthand. und preflop quasi schon 120 big lines drin. das ist schon enorm. ins board kommt runter. astam fünfte set für maroon. jetzt bin ich gespannt wie er das spielt. so jetzt haben wir. andere, oder? roger, stange noch. donk hier rein. püttel pot. mit. kevin wollte auch eine stange. und normalade. ich hab's auch vorgestanden. da hast du eine stange. alles klar. ja, könnte für baumeister nach einem flush draw aussehen. der hier günstig den turn sehen will. ich bin gespannt ob der baumeister hier raced oder nur called. 10. 10 ist die best. entscheidet sich um a race. 10 glatt. 10 large. 10 glatt. 10 large. 10 large. 10 large. und Maroon mit dem all in. und baumeister hat sich durch diese race committed, Also den sehe ich hier nicht folgen. Auch wenn er jetzt gerade ernsthaft ein bisschen Magenschmerzen hat, sieht man ihm an, es gefällt ihm nicht das Sorten. Sind nochmal neun hinten dran. Neun sind tote. Also neun zum Nachlegen. Das sieht jetzt aus. Ja ja. Aber nur weil er kam. 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 Aber es ist auch so. Das ist wichtig. Geil auch schon. Aber es ist auch nicht lecker. Also ne. Auf jeden Fall. 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 Der ist ganz weit vorne. Einmal. zieht den größten Pott bisher, habe ich schon mal gesagt, jetzt zieht er einen noch größeren Pott, also starke Performance hier, starker Anfang hier von Bra Maroon in den ersten zwei Orbits, das macht er richtig gut, war wohl die richtige Entscheidung hier klein reinzusetzen. Ja, also die Bett, der dritte Pott sah ein bisschen fishy aus, die sah so ein bisschen nach Flashtoor aus, ich will den Sekunden hören sehen, kann ich baumeister schon verstehen, dass er hier am Race spielt, ein Top her, ein Füttenkicker, wenn dann das Race kommt, ist ein Code natürlich nicht wahnsinnig schwer auf der anderen Seite, was schlägt er denn da noch, also selbst Tupel würde da wahrscheinlich noch All-In, also 3-Bett am Flop spielen, aber der 3-Bett am Flop ist ja da eigentlich nie ein Bluff, maximal noch irgendwie ein Combo-Draw irgendwie. Ah, deswegen hat der dann da gefehlt bei der Hand, die Hand hat sich zugespielt. Und wer die Hand gewinnt, hat eh immer recht, das war ja schon immer so, in dem Fall Maroon. Ich sortiere jetzt nochmal ein bisschen das Spielgeschehen zwischendurch. Dann können wir auch bald zur nächsten Letzpause übergehen. Ja, wobei, wir müssen erst mal noch die Hände spielen, vorher gibt es noch keine Stats. 10 Q4, 53 long months of subscribing, cash in bar. Aha, kommt das nächste Abo rein, cash in bar, baut ihr auch ein Abo raus, nice. 53 Monate, also wir sind schon lang am Start, offensichtlich. Das muss ich mal wieder feststellen. Legt die Wurst. Äh, 25. 25. 25. Achso, der zieht mir ja keine Karten, oder? Nein, der lauft schon. Komm, ich brauche mal, ganz von wegen. Nicht mehr zu bänden, mit der Weile. Right. Come on. Aber das ist schon, äh, nicht so richtig gut, wie das Alter ist. Ja, zu 3 Meter, das ist ja dann so, er zählt. Ja, interessante Runde hier. Ein paar Spieler nimmt mal rein und Birk, äh, aus der Big Line, mit dem Race. Kannst aber nichts mehr rein machen. Mit 4-3 auf, macht eigentlich gar keinen Sinn. Will er da einen Pot aufblähen? Was, was will er denn da machen? Kannst du dir einfach E7 Flop angucken mit 4-3 auf. Folgen wird ja da eh keiner. Also. Will er ich? Ja. Ja, relativ sinnvoll, egal. Entschuldigung, muss ich jede Runde haben. Ich räume noch mal mit meinem Siegel rein. Das ist Maroon Folded. Gibt's doch gar nicht. Und das in Position am Button. Also das macht dann noch weniger Sinn als das Race hier. Das werde ich ihm nochmal irgendwie, äh, noch mal mitteilen müssen. Wobei, Maroon guckt ja immer fleißig an so Rune Place. Also, äh, der Vogel war gerade, äh, aber sowas von, ne? Weiß Bescheid. Da braucht man nichts drüber reden. Und hier geht's auch mit dem Conti-Bed. Hat er hier den Gutshot gefloppt. Aber halt auch nur ein Viertelpott in zwei Spielern. Mit dem Gutshot, wo er nichts getroffen hat. Also alles, alles einfach ungut hier in der Hand. Gibt's mit dem Inray? Ist natürlich geil jetzt gegen so eine schwache Hand. Aber er hält ihn dann auch mit drin mit seinem Mittelpair. Birk holt. Bin ich mal gespannt, wie die Hand weitergeht. Weiß er nämlich gar nicht mehr. Ist ja schon ein paar Tage her, dass wir das gespielt haben. Turt ist ein Ass. Habt wahrscheinlich beiden nicht gefallen. Birk willst du zumindest ausnutzen. Ja, von wegen. Also das ist ja auch nur so eine halbgare Blocking-Bed. 1,20 mit dem Turn von Birk. Das ist ja eine einzige Vollkatastrophe, die Hand. Gibt's mit dem Call? Okay, kann ich so akzeptieren. Und jetzt der König Kreuz. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt von Birk? Ein Check. Ein Check behind. Also, Vize gewinnt hier mit dem Paar-Sechser. Und Birk einfach Check-Folder-Mail-Wa. Ja, also die Hand, also die wird schwer im negativen Sinne zu toppen sein in der Session. Also, das ist ja eine Anreihung von Unterirdischkeiten. Unterirdischkeiten ist überhaupt ein Wort. Unterirdigkeiten, Schlechtheiten, Versagen. Ich weiß es nicht. Ist ein Ding, ist ein Ding. Egal. Wir schauen uns die Stats an. Maroon ist vorne hier vier Lagen. Birk, der aktivste Spieler. F-78 und Kevin und Maroon hier mit der Win-Rate von 60 Prozent. Die Stats gehen ein bisschen schnell durch. Am Ende der Session werde ich die nochmal verlangsamen, dass wir uns dann das Abschiedstabloh nochmal genauer angucken. Ich bin aber immer noch aktuell entsetzt von dieser wirklich unterirdischen Hand. Also, zunächst Birk hört ohne Not aus den Big Blinds Maroon 8-7 am Button. Warum auch immer. Dann donkt der da zweimal rein unterirdisch klein. Und Vize gewinnt hier einfach einen 100-BB-Pot mit irgendeiner Random-Hand. Also, da fällt mir nicht mehr viel ein. Außer, dass ich Pause machen wollte. Das werde ich aber nach der Hand machen. Und mal kurz meine Stimmbänder schonen. Und nochmal kurz nachspielen. Vielleicht ein kleines Heißgetränk holen. Immerhin ist er schon ein Drittel der Session gespielt. Wir haben wie immer Spinner sechs Orbits in unserem Stream. Auch in dieser Aufzeichnung. Hat sich ganz gut bewährt. Das sind immer so plus minus drei Stunden Action. Eigentlich ganz gute Dauer für so eine Stream-Session. Das habe ich gerade nicht gemerkt. Ich glaube jetzt, weiß es nicht. Du fragst Kevin sowas, der merkt sich sowas. Ich habe gespätzt. Ah, okay. Guckst du den Player an? Problem? Das war Hand gemacht. Ja, ich weiß ja, was ich habe. Achso. So, F78 hat hier Preflop erhöht. Gibt drei Caller. Und Klaus mit dem Smallstack stellt hier rein. Finde hier Offsuit. Auch interessante Entscheidung. Scheint eine Session der interessanten Entscheidung zu sein. Ich kriege natürlich hier einen Call von F78. Und zwei Spieler. Und Heads up. All in on Call. Live ist er, live ist er, aber gegen die Hand hat der Pfad steckt sich. Ganz stark, ganz stark. Da hat man es auch von mir. Also ich bin da sichtlich begeistert von der Handstärke. Kevin, auf. Rück zu uns. Rück zu uns. Vor links. Oh. Fast eine Straße. Achso. Ja. Ass-Aus-3. Klaus mit Klaus in der Straßen. Mach das Paar. Klaus ist vorne. Kann mal viel passieren. Der verbringt den Jungen für F78. Klaus freut sich, aber der weiß selber. Ein kleiner Stack. Und das juckt den Klaus nicht. Da steht er drüber. Da kennt er nichts. Ja, die Chips hat er quasi schon abgeschenkt in dem Moment, wo er all in gegangen ist. Also ich glaube, der Klaus wollte einfach nachladen. Und da ist der Klaus viel zu cool für. Okay, ich mache kurz Pause und dann geht es gleich weiter hier auf der Retail. So, Pause vorbei. Und wie durch ein Wunder der Videoschnitttechnik ist quasi nichts passiert. Als ob ich nicht weg gewesen wäre. In Wahrheit habe ich ein Knäckebrot mit Erdnungsbutter gemacht. Ich habe einen Schluck getrunken. War für kleiner Puka-Dealer. Tentakel. Hab kurz gelüftet. Also genial. Bin eigentlich ganz zufrieden hier mit dieser Voice-Over-Option. Ich glaube, das werden wir in Zukunft öfter machen. Gewissen, gewissen, gewissen Videos, Poker-Sessions, wie auch immer, technischen Problemen aller Art. Scheint eine gute Technik zu sein. So, back to Poker. Hand Nummer 18. Straddle oder Doppelstraddle? Und wir sehen schon Kevin hier mit der Best Hand Ever Created. Oder wie sagt ein Winnie immer? Pocket Aces im Straddle. Genial. Gucken wir mal, ob die Action für ihn läuft in der Hand. Tipp, hold, the call. Alle linden rein. Ich bin eigenes im Chat. Müssten rauskicken. Also läuft noch nicht so richtig für ihn die Action. Auch der Vize hier am Button nur mit dem Call. Hat er sich wahrscheinlich ein schönes Race erhofft. Das heißt nicht wir. Das heißt der beleidigt nur 2 Euro. Ja. Ich will mich nur Euro. Für was? Mach nur weiter, Mick. Mach nur weiter. Ich lese das alles. Und das fällt groß aus. 4. 4 Large. Gucken wir mal, ob er da Action kriegt. Ja, ich sehe es aber nicht. Scheint hier interessiert. Ich finde den Fold-Button. Das ist aber nur ein Twizzer. Nein, okay. Aber Jose, das geht nicht. Gibt es auch. Und Klaus auch. Also das war wohl zu viel, Kevin. Kann man den auch sehen? Nein, aber nicht. Also hier jetzt gerade nicht. Aber ich kann ihn auch decken. Nein, ich möchte. Ja. Danke. Knut will hier die Rapid Cam. So, Kevin nimmt den Pod Preflop mit. Ohne Bauchweh. Hat er sich wahrscheinlich ein bisschen anders erhofft. Oder anders vorgestellt. Wahrscheinlich. Aufgrund der großen Action hat er gedacht, dass er auf alle Fälle einen Caller kriegt. Nick, benimm dich heute. Wir lesen alles. Ja. Und im Hintergrund auf dem ehemaligen Kontrollmonitor ist ja jetzt der Live-Chat aus dem Twitch-Stream. Habe ich ja so gebastelt, dass der während die Karten gemischt werden, also quasi jetzt in dieser Zwischensequenz lesbar ist. Bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Kann ja theoretisch jeder reinschreiben, so, hey, der hat der Asse oder jeder hat geblufft. Ähm, muss ich mir noch überlegen, ob ich das beibehalte. Das wird der nächste Stream zeigen. Wenn wir in Season 3 einsteigen und ich mir Gedanken gemacht habe, wie das alles funktioniert. Aber es geht weiter, Schlag auf Schlag mit Hand Nummer 19. Und da haben wir die, wie sagt Andrew Nimi, Second Best Hand Ever Created, Pocket Kings, Bra Maroon. Gucken wir mal, wie der das spielt. Da geht's schon wieder an. Wenn ich jetzt als cool ist, mal angucken. Standardmäßiges Open Race, 1,25. Hier ist auch eine Caller. Hier ist jeder Caller hier von Warmeister und Fieze am Button. Kevin in Big Minds, natürlich auch mit dem Call. Und F78 sind hier super Odds. Also Maroon gegen vier Spieler. Ja, fünf Spieler. Echt, hier. Oh, das machen wir hier vor Odds, du. Und ein Odds. Wenn es da nichts geht, dann weiß ich auch nicht. Da können sich Kings nicht beschweren. Drei Zweier. Drei. Platz. Halben Pott spielt er hier an. Leider kein Gegner, irgendwas getroffen. Alle Fohlen, oder wie? Kingsbach. Komm noch. Komm noch. Was war noch? War noch. Zwei Fünfer habe ich gewonnen. Ui. Was hat denn du's? Das Fetzte ist verloren. Im Full House. Stimmt. Das war der erste Verlorene. Mehrere geschickt. Ja. Freu mich nicht vielleicht. Schade hier für Maroon, dass keiner was hat oder keiner ein Paar hat. Echterhand. Ja, auf der anderen Seite nimmt er hier einfach den Pott mit. Ja, ich auch. Ungefährdet. Ich glaube, schlimmer für Kings ist dann noch, wenn es so einen Flop gibt, kriegst du einen Caller und am Turn kommt ein Ass. Dann bist du ja immer so ein bisschen lost. Auf der anderen Seite eben wird er zufrieden sein. Die drei werden ihm schon reichen. Ja, dann merkwürdig, wenn nicht, oder? Die drei, die fünf hat er vier Caller gehabt. Also von daher war es ja nicht so wenig. 50 Bitcoins Plus gemacht. Alles gut gelaufen. Hand Nummer 20. Und ein Hand Nummer 20 für hinter den Kings. Back-to-back Kings. Die sind wir bei Kevin. Also da sind echt gute Schlathände unterwegs gewesen am Anfang der Session. Muss man schon sagen. Einiges geboten. Maroonia eröffnet. Jetzt hat Kevin die Chance, wir können zwei bett. So, das sieht noch mehr aus. Das sieht noch zwei. Die Fitti. Fitti fällt diesmal ein bisschen kleiner aus, als mit seinen Assen. Och, Kevin. Mach doch mal den Flop 10. Ja, du. Ich weiß nicht. Ihr Koordinator, oder? Hab das ja anscheinend dicht gemacht. Haben wir jetzt eigentlich schon diese Sitzkissen für den Riederstuhl? War nicht, gell? Seit zwei Jahren, bitte. Wenn man das passiert, sitzt. Okay, da sind sechs Stück. Natürlich, ich bin gelb. Was schimmelt. Okay, Maroon, holdet hier. Obwohl er eigentlich gute Orts kriegt. Und Vize in Position. Natürlich mit dem Call hier. Ach, sieben, YouTube. Reicht dem Vize. Schauen wir mal, was das Board bringt. iPhone 6. Vize mit Overcards und Gutschert. Kippe mit dem All-In. Kann ich vorstellen, dass der Vize hier foldet. Nächste Entscheidung für... Sieht auch gut aus. Unseren... Ja, der Schaaf analysiert. Meister... 550. Aber von gut aus, Holger. Vieles macht was sehr. Mhm. Ja, der Teil funktioniert. Das ist das andere Problem. Wollen wir mal dran arbeiten. Die nächste schwere Entscheidung. Hier steht, Kevin. Jetzt ein Apo verschenken, um nur mal eins zu werden. Nicht Call. Call. Hat nicht schon mal jemand Apo's vorstellt? Apo's. Für Menges. Vize mit dem Call. Und man sieht's. 42 Prozent. Also... Das Ars und der Gutschert. Wieso steht das? Schluss Vektor. Hartz. Also... Gute Chancen hier noch für Vize. 54. Okay. One time? Ja. One time. Good luck. Kevin will's nur einmal laufen lassen. Oh. Da kommt die Acht. Open Ender und Herz. Worst Card im Deck hier für Kevin. Hey, der Menges hat um 9 Uhr 18. Und die Zehn. Hier ist eine Blank. Also die Acht hat nochmal richtig hier einen kleinen Schweißausbruch gesorgt von Kevin. Der Menges hat um 9 Uhr 38. Da gibt er nicht alles. Ist die Wahrscheinlichkeit von Vize von Flop auf Turn sogar gestiegen. Auf 44 Prozent. Aber gut. Kevin sei es gegönnt. Der hat ja am Anfang ein bisschen abgeschenkt. Hier in der Session. Seien gegönnt hier. Und trotzdem. Vor allem gegen Vize. Seien Erzrivalen. Die haben da so eine kleine Rivalität. Erzrivale vielleicht ist der falsche Ausdruck. Aber eine gesunde Rivalität haben die beiden schon miteinander. Verstehen sich gut. Am Pokertisch betteln sie sich aber gerne mal. Ja und Carlos hat es gesagt. Der Stream sieht eigentlich ganz gut aus. Ist auch richtig. Ich habe jetzt aber schon entdeckt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe bei der Aufzeichnung. Man sieht, dass jetzt die Boxen der Spieler und die Community Cards einfach zu weit nach oben eingerückt sind. Das muss ich für den nächsten Stream nochmal korrigieren. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber insgesamt mit dem Schwarz-Weiß-Layout, was wir ja für den Stream umgestellt haben, sieht es eigentlich sehr clean aus und gefällt mir gut. Bisschen entspannter als die Farbgebung, die wir vorher hatten, mit dem Orange. Und geht direkt weiter hier mit dem guten Start hinten. Big Pockets wieder unterwegs. Lauf am Cut-Off. Mit dem Pocket Jacks. Ich fasse den 3-Bett aus. Und Flop für 1-3. So ist der Preis. Das ist ein Stückchen der Kind. Das ist die Friedenschläge. Wenn keiner hochrechnet. Schreibt ja der richtige Preis zu sein. Bitte Call. 3-Spieler. Die Call von Knute aus dem Big Pockets. Das geht so natürlich auch. Bitte guter Orts. 3-Spieler. Die haben sie eh nicht schon die ganze Zeit zu sagen. Das Board kommt Ass hoch. Müssen es 3-Kreuz runter. Gefällt keinem mir. Klaus auch nicht, obwohl er Kreuz hält. Hält den Ball flach. Jetzt spätestens ist das Signal für Klaus gesetzt, nachdem beide wieder checken. Das macht er hier auch. Macht direkt ein Pott klar. Also ein Cent Klaus. So spielt man die Hand. Kann man schon so spielen. Delayed Conti-Bett. Der hat doch ein sehr klares Signal. Das beide hier so schnell zu hinchecken. Und da hat er auch die beste Hand eigentlich gehabt. So im Hintergrund auch noch die Kermaschine. Also da haben wir echt alles dabei in der Session. So ein gesundes Rauschen ist doch gut. Das ist ein Spaß für Wiedermann. Aber das bringt der Sommer mit sich, wenn wir die Fenster halt offen haben in der Poker-Location. Dann kriegt man leider auch jeden Lärm mit. Muss man so einfach aktivieren. Dann kriegt man da die Hand. Und da sind die Hand. Das bringt der Scheun tint. Dann ist das ein sehr guter Kopf. Oh, das ist ein sehr. Das ist danke. Ich riechslot. Ich riechslot. Ich riechslot. Ich riechslot. Ich riechslot. So, wir haben wieder Doppel-Threader in Hans 22 und Hützer öffnet hier. Hier ein Call von Birk mit 0.3 Off, der ist jetzt auch wieder ambitioniert. Die beiden haben sich ja vorhin schon mal erfolgreich gebettelt. Man erinnert sich an 3.4 gegen 5.6. Das lässt doch auf einen guten Handverlauf hoffen. In dem Fall Steak wieder mit dem Gutschat und Feeds aber mit Top 2. 1,90 ist die Bet. Feeds mit der Conti-Bet. 1,90. Nee, nee, Quatsch, das war meist ein Falsches-Falsches-Falsches. Du hast natürlich recht. Dann wären sein 95. Da bin ich jetzt sehr konzentriert. Die 95 von Carlos. Die 95 von Carlos. Super Ding. Beim ersten Impuls ist mir das genauso gegangen. Nee, das sind ja die 95. Ja, Moment. Das war noch mal. Ja, und Birk findet den Call. Sein Gutschat ist ihm wohl die Wette wert. Ja, Törn ist jetzt ein Herz. Wird wahrscheinlich keinem gefallen. Birk checkt. Und Fieze bleibt aber auf dem Gaspedal. Birk folded. Also nice Hand hier vom Fieze. Interessant dann, was macht der Fieze, wenn der Birk hier all in geht oder ginge? Aber für die Fieze wahrscheinlich auch gerade einfach callen. Fieze ist Fieze. Ah, und da gab es offensichtlich einen Fehler. Da muss ich nochmal ins Replay reingucken. Und hier wird Birk als letzter Gewinner gelistet. Da habe ich wohl was falsch gedrückt. Wenn ich hier den Fieze gefoldet habe. Ja, das kann halt auch passieren als Operator. Also derjenige, der bei uns die Action eingibt über die kleine Tastatur. Was der mal einen Fehler macht. Ist möglich, dass ich da den Birk nicht gefoldet habe? Wenn ich den Fieze gefoldet habe, hatte ich wahrscheinlich den Check nicht angegeben. Und habe dann für Birk die Wette eingegeben. Und so sieht es auch aus. Der Birk hat jetzt hier 78.56. Ja, also da ist wohl ein Fehler von mir passiert. Da sind wir nicht gefeilt, weil es ist schon einem passiert, die das gemacht hat. Wobei eigentlich nur Kevin, Carlos und ich die drei sind, die die einen Eingabe machen. Aber das ist so ein Fehler, der passiert leider immer mal wieder. Ja, ich habe noch keinen Mitstreiter für Joe Borna Masse. Oh, das war aber knapp. Ja. 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 Ist auch egal. Die hat a strong dead. Ja. Ja. Also sehr ambitioniert hier. Klaus wird recht sein. Wunderbar. Unterhose ist das. Kann nur noch der Junge in das Herz kommen, damit es... Splitport gibt es. Also Klaus füllt hier auch. Jacks over dreams. Full House für Klaus. Das sind diese 0,01%. Nice Hands. Carlos, we buy. Das sind erstmal mein Weizen. Ja. 7,055. 6,075. Ja, Klaus hat den Jörg hier gecovert, auch wenn die Anzeige nicht stimmt. Genau, und da habe ich dann auch festgestellt, dass die Sechsen stimmen. Was das heißt. Den ganzen Sechsen. Genau, das wäre cool. Genau, an der Stelle habe ich festgestellt, deswegen stimmt es auch leider nichts. Egal, nice Hands für Klaus. Für den natürlich sehr dankbar hier an der Stelle, dass Dirk hier mit den Pocket 4ern einfach gnadenlos in ihn reinbettet, völlig unnötigerweise, ohne Sinn und Verstand, weil wir nicht. Irgendeinen Sinn wird er drinnen gesehen haben, sonst hätte er nicht gesetzt. Wahrscheinlich hat er irgendwie noch gehofft, den Klaus von einem Flaschdrauch runterzukriegen oder einem Arsjunge, Arsdame oder irgendwas, ich weiß es nicht. Kevin versucht verzweifelt hier anzustoßen, aber Vize regelt eher das Chipgeschehen und vorne wird nicht angestoßen. Ja, finde ich gut hier für den Vize. Der sorgt hier für Ordnung am Tisch und lässt sich ja nicht verleiten vom Kevin. So, ich habe noch kurz klein gewechselt beim Birk, der hat hier Nachbarfuss und jetzt können wir endlich ansteußen jetzt. Sowohl, Brotions, lasst es euch schmecken. Der kleine Frühschotten sei jedem Pokerspieler gegönnt. Also die Pocketjacks sind dem Klaus wohl besonnen. Ich bin auch etwas so ambitioniert, also ich würde sagen, so Platz 9, 8, maximal. Ja, das ist ja auch schon okay. Das wäre nicht aber auch vorhanden, das wäre so ein bisschen zu sagen. Wie siehst du vor, Freiburg? Okay. Frankfurt, 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 Leverkusen, Bayern, Lutgart insgesamt, schon auf die ganze Zusammenarbeit gehen. Leipzig, Stadtschmuckert und Leipzig. Leipzig, Leipzig und jetzt. Und jetzt? Und dann mein Geilfuber ist Mainz. Das ist ja schon nicht gezeigt, aber Mainz. Da hatte ich ganz viel davon. Und die Bremer können auch noch... Mainz wird 8er. Und die Bremer genau noch... Und Bremen können auch... So eine Überraschung. Also ich glaube, das Haide haben wir am Abstieg. Ja, 100%. Weil die haben jetzt auch echt gute Leute verloren. Total. Das heißt, okay. Ja, aber ich... Was ich jetzt sagen wollte, aber ich finde halt, Freiburg ist jetzt nicht so weit weg, dass wir jetzt nicht Bremen und Mainz... Ja, nee, nee, das ist so. Also... Aber deswegen meine ich. Also 7 ist jetzt nicht... Zwischen 7 und 10. Finde ich jetzt nicht unrealistisch. Das sind so Nuancen einfach da zwischen den Mannschaften. Aber ja. So, in Hand 22 geht es direkt weiter. Die Fakt-Action habe ich jetzt ein bisschen kaputt. 3 Spieler. Wir sehen hier Maroon, der Top-Pair, der Top-Kicker. Hier mit dem Flush-Store. 8-2 und dem Treffer. Und den Overcards. Der wird hier wahrscheinlich die Hand entzogen. Ja, das ist ja die Mannschaften aufeinander stehen. Auch wirklich. Aber bitte, ja, Konferenz-League oder sowas. Nein, das wäre schlecht. Ich habe eher abgeschafft. Und auch das 5 Mannschaften in der Champions League nicht spielt. Das ist total erkrankt. Der Mission-Only-Champions in der Champions League. Und dann kannst du von mir aus noch Pokalsieger-Cup machen. Ja. Die zwei Pokal-Sieger-Cup machen. Die zwei Pokal-Sieger-Cup machen. Die zwei Pokal-Sieger-Cup machen. Alles andere. So wie es man fragt. Ja, die drei Pokal-Sieger-Cup machen. Es waren nicht alle schlecht. Nein, es waren drei Pokal-Sieger-Cup. Aber ich bin nicht. Die Euro-League ist, kann ich abschaffen. Ja, die Hot-Sieger-Cup. Die Bad wird checked. Und man bleibt auf dem Graspedal. 9 Lars ist die Bad. Und 10 ist es sogar. Das ist interessant. Der will hier maximal protecten. Und die Mannschaften sparen. Also die Mannschaften sparen. Und die Mannschaften sparen. Das ist ein eigenes Spiel. Aber da muss man nicht klar sein, dass er da hinten ist. Also nur dort. Das ist die Werte werbe, um die Mannschaften in der UEFA zu halten. Was kostet die Welt? Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, aber es ist jeden Tag Fußball. Ey? Wenn es geguckt wird. Und zum Schluss geht es nur um Sven. Und es geht nur um Sven. Und es geht nur um Sven. Schau mal, wenn du das Spiel nicht live siehst. Hier ist ins Bettbüro. Da ist es zu gut geschneit. Und Birk findet aber den Fold. Immerhin noch das. Und da hat er am River endlich eingesehen, dass Maroon wieder stärkere Hand hat. Das ist der Trauer-Draw hier. Weil wenn du es nur mit den ersten und zweiten Halben im Freirat fährst. Maroon wird es recht sein. Der hat ein Stapel hier die Chips. Aber für den läuft die Session wie geöffnet. Und nicht mit dem Brot. Hast du es so gesagt? Es war ein Zehner, weil... Es war ein Zehner drin. Warum ist es doch nicht ein Herz qualifiziert für die Zehner? So. Und ich mach kurz das Herz. Jetzt sind Dings. Maroon ist 60 im Kuss. Hier kommt das 3-3-Handler. Hier kommt 50 die aktivsten Spieler der Session mit dem V-Trip. Maroon und Kevin haben noch die Kuss. Maroon. Da wird einfach jeder Hand, wie er spielt. Die denn? Wir sind wieder bei der Kass. Ich hab jetzt keine Zweite. Ich kippe im Sommer, oder? Ja, also wie gesagt... Die ist jetzt hier bis zum Ende im Schnelldurchlauf. Der Sessionabschluss wird dann natürlich ein bisschen verlangsamt. Dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und gucken uns doch einmal genauer an, wie die Spiele abgeschnitten haben, wie sie gespielt haben, wie sie performt haben. Das ist ja die spanische Liga. Das ist mir lieber. Ich sehe Bayern... Oder wie kann man sagen, für Arno Jön performt ein paar Vorwagen. Ja, ja. Ganz einfach. Und der, wo es gewonnen hat, sagt der Verteidiger. Das war jetzt, glaub ich, auf die Mitte der Session. Das ist ein Otter. Das ist ein Otter. Wie ist das denn? Das ist ein Otter. Das heißt, du kannst ja dann wirklich eine anderthalb Stunden formen. Oder halt noch zwei oder drei reinjagen. Und dann noch mal Champions League. Champions League, oder? Wie hüpfe denn jetzt? 1-10. Man hat halt auch Mannschaften aus den Ländern nicht halt, die sich immer nur über Umwege qualifizieren können. Das wäre es halt auch interessant, dort zu spielen, ne? Und, keine Ahnung, Ungarn, Österreich und so weiter. Knut gefällt's offensichtlich. Der sitzt dann tiefenentspannt in seinem Stuhl und genießt den Programm-Früh-Einsatz. Also, Straddle, Doppelstraddle, F78, eröffnet Maroon in der 3-Bett. Und Birk mit seinem Reststick von der Hand gerade eben direkt oben vor G9ern. Wird natürlich gecallt von Maroon. Und da spielen sie schon wieder gegeneinander. Irgendwann nicht ist. Ja, genau weg. Genau weg. Weil da ist schon all in. Ja, es ist ja. Also, du wirst, äh... Wie in wen? Ach so, ja. Ja. Vacation Bar ist zurück am Tisch und spielt gleich die nächste all in Hand. Also, muss schon sagen, dass Action am Ende wird. Ja. Oh ja. Neunen. Ja. Ach nee. Geh weg. Ja, ja. Boah. Dich, stimmt. Was ist das denn geworden, Kling? Okay. Und wir den 9ern halten, Birk verdoppelt hier. Nice. Also sein wird gegönnt, dass er hier auch endlich mal den Pott macht. Hatte ja davor immer nur abgeschenkt, abschenken müssen. Auf alle Fälle eine Action-Episode, würde man sagen. Am Anfang hatten auch alles Herbst-Wagen gestanden, also ich bin unterwegs. Im dritten Orbit nicht mehr so stark die Starkhände, die Action hat aber angehalten und hat man auch gemerkt, die wollten weiterspielen, hat einfach die Handstärke dann abgenommen so ein bisschen. Naja, uns kann es recht sein. Birk hört nicht auf, auf dem Gaspedal zu bleiben. Nächste Hand und wieder Raze, also da spielt Gefühl jede Hand, kriegt drei Caller. Das Board Ass-König-Sieben, wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für eine Conti-Bett gewesen. In Position, wieder checken alle durch und der Mulder macht F78 die Neun. Ich bin auch wieder mittelfassungslos. Kevin mit der getörnten vier. Aber da schlägt er da auch nichts mehr. Nichts schlägt er mehr, Kevin. Nichts. Fold einfach. Überleg nicht. Einfach folden, Kevin. Danke. Alles falsch da. Das ist wirklich gut. Ja, auch die Hand wieder, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Ansammlung von Poker-Schwäche. Eine Ansammlung, eine Aneinanderreihung von Poker-Schwäche. Ja, da kommt das Abo doch gerade recht hier von Beste Beste. Danke dafür. Immerhin ein positives in dieser Hand. Ein Abo auf Twitch. Ja, Birk verpasst hier auf alle Fälle zweimal in Position gesetzt, nachdem alle zu checken Hände geraced werden, wenn man den nicht weiterspielt. Dann können wir sie auch gleich folgen. Kevin hätte am Turn anspielen können mit dem Treffer. Allerdings nur halt das vierte Paar in der Reihenfolge. War dann schon okay einfach Jack Fold zu spielen gegen drei Spieler. Guck mal, der F78 ist dann. Wenn der einen Rüber anspielt, wird auf alle Fälle besser sein als die vier hier im Terrain. Aber ja, es kann ja noch besser werden. Hand Nummer 27. Und auch hier wieder Störte und direkt Rays von Birk. Wie soll es auch anders sein. Pizza am Button mit der 3-Bett. Bei 10. Bei 10. Ich hab natürlich noch selber an. Ah, kennt keinen Fold-Button. Ich spiele noch eine erste Halbzeit vor. Braucht ihr? Ich bin noch ein Fall gefehlt. Bei Rangers. Warte. 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 Dann Contibet hier vom Pizze. Peral 75 finde ich auch gut hier. Saftige Große. Warte. Die lässt kleine Zweite offen, dass der Pizze hier weiter spielen will. Kann ich auch noch ein bisschen hingezogen werden. Der wichtigste Einwohner ist da. Aber liegt den Birk überhaupt nicht. Wer trifft denn nun? Trifft seinen Gutshot. Und Vize gibt Birk hier auch gar nichts. Der hat aber das Glück hier seinen Gutshot zu treffen. Ein schönes Geld. All in the call. Das kommt sicher gut. Der spielt in Stuttgart. Wenn nächste Woche jetzt dann... Ach so, ja. Ja, würde ich machen. Boah, die Straße. Boah, echt die Straße. Jetzt trifft er aber hier. Ja, und da kann nichts mehr passieren. Ace-King ist einfach drawing dead. Aber gut. Aber gut. Ja, spannend. Nice Hand hier für Birk. Es war ihm gegönnt, dass er hier auch, habe ich vorhin schon mal gesagt, Pod zieht. Was machst du da mit Ace-König? An dieser Stelle, ne? Gegen so einen Spieler wie Birk, der hier offensichtlich jeder Hand spielt und einfach gar nicht holt, kannst du eigentlich auch Ace-König durchballern. Das sehe ich hier gar nicht als großen Fehler an, auch im Zwang noch mal zu setzen. Ich meine, da hat er nur da noch die 80 oder was behind. Ihren Körner zum All-In. Das ist eh dann ein No-Brainer. Aber ich glaube, es wird hier fast noch Preflop deutlich größer treiben und dann den Flop größer setzen, dass sich das quasi vorher schon entschieden hat. Weil Birk er quasi nie folgt. Ja, spannend. Na ja, gut. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe eher gedacht, dass irgendwas mit Supercup oder irgendwas... Ich habe das nicht verstanden. Ja, Kevin referiert gerade noch mal kurz über den SC-Fan-Marsch gegen Stuttgart-Eröffnungsspiel hier, oder Hinspiel. Da sind wir direkt hier am Fenster vorbeigelaufen in der Poker-Location und haben die Stuttgarter herzlich willkommen gehießen in der Stadt. Sehr zur Belustigung. War das nicht so häufig, oder? Also ich wollte gerade sagen, ich weiß, Alena ist schon nach, dass da... Berlin war schon ein großer... Berlin war der Hammer. Also ich war ja nicht dabei, aber meine Vöchter. Und die haben gesagt, das war der Hammer, der Poker... Also wenn sie aber auch gewinnen müsste, das wäre halt alles. So, das bleibt und wir haben dann nächstes Mal wieder mit dem Race. Und ganz ehrlich, ohne Kader, alles... Elfmeter und was weiß ich... Ja, ja... Zum Schluss noch alles gegen sich... Nee, Unvermögen war das einfach kein absolutes Unvermögen. Dass ein Günther dann noch in Elfmeter schießt, in Elfmeter schießt, das geht nicht. Der kann das nicht. Aber ich glaube, da geht es darum, wer noch genug Eier hat, um das zu denken. Aber dann soll man... Da ist egal, was für eine Technik-Junger für den Gewicht sagen, Ja, okay, komm, ich schau drauf und hab's halt drauf. Ich muss halt zumindest vortreffen können. Und alles checken. Grundsätzlich kriegt er das wahrscheinlich hin. Jetzt bringt das keine Veränderung. Jetzt bringt er einen Gatschock noch. Und Knut spielt an. Endlich traut sich mal einer. Also das ist doch jetzt mal hier begrüßenswert, dass endlich mal einer die Initiative nimmt in diesen durchgecheckten Pötten. Das ist ja auch so ein Toker-Ding. Wenn die Anfangs-Euphorie, die Anfangs-Action so ein bisschen abgenommen hat, abklingt. Ist ja in der Regel so. Wenn man auf den ersten zwei Orbits einfach Vollgas gespielt wird. Dann wird ganz viel durchgecheckt. Viele Multi-Wave-Pötte. Da kann man doch den ein oder anderen abgreifen. Durch Initiative macht der Knut hier gut. Und lehnt sich auch entspannt zurück. Ja, offensichtlich. Selbst zufrieden. Und bedohnt sich mit einem klünen Schluck aus dem Glas. Das Hopfen-Getränk ist dem Wasser gewichen. Die ersten Getränke wohl Wirkung gezeigt. Und da muss mal ein Zwischenwasser her. Die Runde ist aber fleißig am Straddlen. Quasi Auto-On das Straddlen. Und Straddlen. Ja gut, das ist natürlich mit dem Race. Nächste Hand, nächstes Race. 3-5. Ja, Kevin nur mit dem Call. Gleich eine gute Hand gewesen hier am Button. Für eine Erhöhung. Also spielen sie zu viert Multi-Wave. Und gucken sich den Flop an. Und einmal sind sie gekommen. Und Abraschima gekommen. Aber der ist jetzt in der Schweiz. Und die haben sich alle gebraucht. Das war für 100 Zeit. 6-7. Ja, da. Checken sie alle durch. So, einer freut sich anzuspielen. Ja, bitte. Turn bringt das zweite Kreuz. Herz. Nun nimmt sie hier ein Herz. Mit Ass hoch. Aber spielt natürlich viel zu klein an. Viertel Pot. Dann wird er hier. Dann wird er hier. Dann wird er hier keinen. Keinen Birk zum Folgen bringen. Ich glaube, man ist das Sprichert. Ist ja so reichbar, wie das ist ja. Ja. Bert macht jetzt auch sein Paar am Roar. Das heißt, jetzt wird er ihn erst recht nicht zum Folgen bringen. Übrigens, wenn wir da Tati Katar im Hintergrund zum Zerriften mal. Mit 3,50 und Birk Vohlder, das gibt's ja nicht. Jetzt, wo er das Paar macht, Vohlder. Ja, ne, 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 ne. Also, 3,50. Also, das ist ein sehr guter Spiel. Wir haben die dringend mittelschweren Säge. Aber mit einem für euch, ja, 6,5 Uhr, das sind nicht. Ja, der muss ein Wurmen sehen. Da war genug da. Also, auch diese Hand, äh, erschließt sich mir nichts. Return Call, um dann das Paar zu machen am Roar, um dann zu holen. Egal. Maroon soll's recht sein. Er scheint hier wohl ein gutes Image zu haben in der Session, nachdem er wirklich die großen Pötte gezogen hat. Reicht hier seine Riverbett. Ich hab alles. Hm. Hm. Was noch weiter? Wo sitzt du? Ähm. Ihm. Ihm. Weitergeben sie zweite. Finde ich okay. Hast du erst und mit? Ne, die zwei will ich mit. Jetzt pass auf. Naja. Wie ist das? Wie ist das? War noch weiter einbauen, ne? Das ist doch egal. Die ist jetzt nicht eingewiesen, ne? Achso. Ich will noch theoretisch eine Lösung finden. So. Äh. Doppelstraddle hab ich. Wieso? 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 Ja. Die darfst du ja nicht in den Outs oder so nicht eingerechnen. Doch. Also ich würde dann die machen. Die nimmst du doch als Burn Card. Aber das Programm weiß ja nicht, welche Karten weg sind. Ja. Aber du weißt ja nicht, welche Burn Card weg ist, oder? Das Programm weiß nicht, welche Burn Card... Stimmt. Also von daher bleibt es... Das war von der... Stimmt. Burn Card weiß gar nicht. Ja. Die bleibt doch gleich. Und ich hab jetzt gesehen bei der Biasopie, die nehmen dann die Karte auf und machen die oben drauf, damit immer noch das Cover für die nächste Karte ist. So, genau so. Aus der Kartendiskussion über Burn-Cards und Exposed-Cards, wenn eine Karte umgedreht wird. So, zum Handverlauch. Vize hat die eröffnet. Baumeister in Threadle mit Ace-King. Mit der großen Drei-Wett. Den Birk auch, überhaupt nicht. Und Kevin. Rutscht hier noch in die Hand rein, Preflop. Kriegt natürlich gute Odds. Drei Spieler. So, Baumeister darf sie erst. Und die Hand ist eigentlich auch schon erklärt oder vorgezeichnet, was da abgeht. Baumeister, Top-Pair, Top-Kicker, Birk. Mit dem Flashtor, da wird es reingehen. Und die Konti-Bett. Baumeister, kann er eigentlich direkt den Stack reinstellen bei seiner Stackgröße. Birk-Raced. Ja, war klar, dass die Marie da reingeht. Top-Pair, Top-Kicker gegen Flashtor. Einmal wird gebildet. Pick 6. Peter. Und ein Kreuz-Trei. Blank hier. Ja, sicherer Wall-Out hier für Baumeister. Nice, nice handy. Also spielt sie von allein. Hat sich doch gelohnt hier. Übertrieben groß zu drei Betten. Wenn man so loose gecrawlt wird oder so light gecrawlt wird. Nimmt man doch den kleinen Nervenpitzel am Flop gerne in Kauf. Schöner Portierverbaumeister. 50. 50. 50. 15. 15. 15. Wenn ich doch auch komme es nicht. Meistens haben wir ja auch. Ja, und für Birk bleibt es weiter eine schwierige Session, aber der ist halt auch in jeder Hand drin, ne? Da hast du auch viele Entscheidungen. So, ein paar Karten noch. So, Klaus mit der guten Starthand, der eröffnet hier. Kevin called, in Position. Ass 5 off, das sogenannte Fischer Ass. Ha, 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 ha. Alle checken durch. Dann fängt jetzt das Ass, eine interessante Karte. Da hast du auch Checker. Das macht aber Spaß. Ja. Alles noch. Ne? Und jetzt gar nicht schlecht für den Klaus. Dass er hier ein bisschen auf Pod Control spielt. Und Kevin, der jetzt natürlich stark der Fold, macht er auch. Sehr gut. Jetzt sieht er, dass er hier entweder gegen besseres Ass oder gegen König spielt. Ist dann noch die richtige Entscheidung der Kevin. So, und der River. Check. Ja. Check, check. Wollen beide günstig zum Showdown. Auch Knut nimmt hier den Showdown. Ich bin ja auch. Und Klaus nimmt den Pod hier ohne großen Video vor. Also gut gespielt. Nicht unmittelbar aufgeplayt. Auch im Kabel gesagt, setz doch nochmal Klaus. Ist glaube ich okay hier einfach. Einfach runter zu checken. Fertig. Fertig. Kann man lassen. Fertig. Fertig. Stimmt. Ja, das ist meistens unter der Woche. Ja. Ja. Das ist eher alles der Schlimm, finde ich. Ja. Fertig. Fertig. Ich jetzt. Ja. Ich wusste es noch gar nicht. Du hast doch ein liebes Bierchen. Ich lege dich auf der Liebeschule, auch in die Sonne. So weiter geht es. 2,32. Was funktioniert das? Nicht vor Ort. Kevin einlässt. Das war früher anders. In einer anderen Reihenfolge. Jetzt habe ich es umgestellt. Ja, ja. F78 spielt mal wieder eine Hand. Der hat sich jetzt eine kleine Auszeit gemacht. Warum er sich jetzt Dame 5 aussucht. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber er wird gleich die passende Antwort kriegen. Baumeister, wieder mit 11. Das ist eine interessante Hand. Keine Ahnung, warum der F78 da überhaupt erhöht. Das ist ein Treibachfolge. Zwei Rosen. Naja. Baumeister wird es rechts sein. Und ich glaube wir machen kurzes Step-Break. Damals doch Maroons vorne. Standings, Standings. BIRK weiter hinten. BIRK weiter hinten. Pizza auch jetzt drei Lagen im Minus. Also die Sessionen-Scharte auf BIRK mit 72% V-Pip. Also ragt schon raus. Auch der aggressivste Spieler mittlerweile. PSR. Und Winrate bleibt Maroon mit 50% gewonnener Hände. Ja. Ganz weit vorne. Einmal Straddle. Ähm. Genau. Aber das war halt so. Das Haupt-Ding für die Umbau. Dass die Hände technisch jetzt vorangebracht haben. Was jetzt problemlos funktioniert. Aber der Rest hat nicht. Toll. Das bringt das halt einfach so nichts mehr. Ja. Re-Straddle Kevin. Weiter geht's. Die Pokersause Handnummer 33. Re-Straddle Kevin. Das darf er machen. Ohne mich. Zauber. Zauber. Ja. Die Straddles sind stabil. Da kann man echt nicht meckern. Straddle und Grease-Straddle wieder. Die Spieler. Die Reutern hier. Action. Die sind natürlich auch jetzt alle ein bisschen deeper. Die Stacks sind größer. Da macht man sehr gerne. Toppet-Straddle hier. Die BIR-Spieler machen mit. Und Kevin erkennt die Schwäche und haut nochmal richtig einen drauf. 2.60. Wobei. So richtig ist das gar nicht. Da hätte auch nicht ruhig. Weißen 3.50 gehen können. Wo kriegt er glaube ich eher nur die Calls. Der Baumeister am Button. Das ist eh die Lieblingsposition. Da wird der Baumeister seltenst folgen den Button. Da wird ein Smallbound. Da wird ein Smallbunsch. Das ist ein einzelner Ding. Das überträgt nur die Kamera 1 zum Hauptbund. So und hier läuft ja alles über die C über Software. Die haben Hardware, für jeden Scheiß und die Einlinge. Kevin wieder gecheckt. Und Kevin floppt hier den Flush-Draw, König hoch, ist das Board, der kann ja gut weiterspielen. Die anderen verpassen hier komplett. Und er kriegt beide Gegner vom Folgen 7 hoch, nice hand Kevin. Seven high, like a boss, like a donk. Also mit dem Outfit muss man Kevin nochmal ein gesonderes Lob hier aussprechen, oder ein extra Lob hier. Outfit-mäßig ist der Kevin schon ganz weit vorne. Er hat sich hier extra von Kopf bis Fuß ausgestattet für das Season-Finale. Mit dem Nick Airboy-Gedächtniskostüm. Geiles Touri-Outfit. Da ist noch der Gulliver-Hut dazu und der Hapa hat Sonnenbrille. Ich glaube, mittlerweile hat er Kevin 35 Sonnenbrillen und kann einfach frei auswählen. Er hat bei Amazon einfach Sonnenbrille eingegeben und einfach alles bestellt, wie sie Kevin kann. Möchten sie 537 Sonnenbrillen kaufen? Ja. Also Lob an Kevin, unser Top-Verkleider oder einer unserer Top-Verkleider. Es gibt natürlich noch etliche andere, die sich auch immer in Schale schmeißen, aber Kevin ist schon mit einer der Besten auf alle Fälle. Aber das werden wir dann im Season-Abschluss nochmal unter die Lupe nehmen und nochmal separat bewerten, wer dann unsere besten Poker-Outfits hat. So viel kann ich schon mal vorweg nehmen. So, jetzt haben wir wieder gute Starthände hier. Doppelstattle. Knut direkt an der Beganze. Erhört auf 1,30. Baumeister mit der 3-Bet. Ziemlich los mit Ace-4-Off. Birk mittlerweile wieder Short-Stack mit Juni 10. Bringt hier den Stack rein. Und das ist natürlich jetzt gut für Knut. Und kann aber, wenn er dran ist, gerade drüber prägeln. Klaus allerdings schon wieder mit Jacks. Das gibt's doch gar nicht. Der Jacks ist das dritte Mal jetzt. Das ist doch schon 10 dran. Da muss man dann nachher irgendwie... Jawohl, jawohl. Klaus krollt hier. Krollt nur. Was ist das? Ähm, Differenzvertrag. Das sind 14. Das sind 14. Über 1. 1. Ja, da musst du dann auf der Hand den Stack anpassen. Ja, ja, genau, aber... So, äh, Moment. So, er hat sich nicht foldet. Knut nur mit dem Korn. Anstatt hier den Stack reinzubringen. Und Baumeister kriegt jetzt natürlich die Riesen-Ods. Ich hab grad ein Foto vom Tisch gemacht. Genialerweise hab ich das einfach vor die andere Kamera gehalten. Hab ich gut gemacht. Super, Holger. Ja. Ja. Also, sehen wir tatsächlich vier Spieler am Flop. Das heißt, Birgmeister, äh, Birg, Birgmeister, äh, Birg, hat die Chance hier zu zervierfachen. Was der Baumeister hier calls. Also, da kriegt er einfach raus, ne? Hier und, äh, Flop kommt runter. 6, 6, 2. Für Klaus natürlich perfekt. Und besser geht's ja nicht mit Jacks. Multiway. Kann ja von ausgehen, dass er vorne ist. Briefloaf hat ja keiner mehr, äh, weiter erhöht. Also, Jacks eigentlich immer, oder nahezu immer die beste Hand. Ja. Ja. Ich hab noch nie so einen schlechten Dealer. Die Streams ist gut aus. Er ist gut. Er rettet den Rest von seinem Stack. Ja. Und kommt hier entspannt raus. Äh, Lars war schuld. Klaus ist vorne. Und Birg wieder Drawing Dead. Kann man schön rumdrehen. Ja, aber auch nur Drawing Dead, weil er schon mit 10 draußen ist. Oh, 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 oh. Das könnt ihr ja nochmal voll raus machen. Das sieht nicht gut aus. One time nehm ich an, oder? Ja. Für Klaus wieder. Zum dritten Mal in den Jacks. Und jetzt ist er auch zum dritten Mal gegen Dirk. Zweimal auf alle Fälle. Also die Jacks sind ihm echt toll. Nein. Und Knut hätte den König getroffen. So ist er natürlich. Die König 3. Das wäre gewesen. Das war mal eine schöne, schöne Spitze gegen Knut hier. Ja, Klaus nimmt sich hier als Dirk erneut vom Tisch. Souverän der Klaus, kann man nicht meckern. Er spielt das einfach solide runter. Hat aber auch, muss man auch sagen, hat auch einfach gute Start-Händerung. Sünstige Konstellationen. Läuft dem Klaus schon rein. Da kann der Kevin nur neidisch den Chips seines Liebemannes aufstarten. Du hast was vergessen, Kevin. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand zu Heckmann ist nicht weich. Mit Abstand. Ja, riesen Schausgabscher. Der Heckmann ist so minimal. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. So. Also Klaus hier Chips ohne Ende jetzt vor sich liegen. Wieder den nächsten großen Vertreter. Nice Handlaus. Gut gespielt haben hier. Ja. Ja, immer die Frage dann, ob man Preflop nochmal drüber gehen soll mit den Jacks. In dem Fall ist es gut gegangen. Jetzt was geändert. Wahrscheinlich nicht. Also Knut wäre dann trotzdem mitgegangen. Dann wäre ein guter ganzes Deck drin gewesen. Dafür wäre Baumeister raus gewesen. Also. So, korrigiert. Chip Count. Ich hatte ja schon gemischt. Okay. Und weiter geht's. Auf zum Endspurt. So. Und noch einmal. Wie schlicht kann man Astro spielen? Es wäre aufs gleiche rausgekommen. Nee, wenn er Pflop. Nein, wenn er reinstellt hat er keine Zeitung mehr. Pflop all in geht einfach. Ja, ja. Seit der Actionfeuer. Was will er denn da callen und dann warten was er willig? Das ist aber verloren. Der hat auch gewonnen. 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 Das Problem, was will er jetzt noch callen. Siehste? Mit Abstand. Mit Abstand das liegt. Abstand. Vor allem er hat ja… Chip's mäßig. Keroen 1D ist ein Pizzer 1D ist ein Pizzer 1D. Der hat auch besser in Karten. Ich kenn's. Schau mal. Hätt. Kein Riesendruck aufbauen. Der Grün muss Quarzfloppen. Da brauchst du gerade drüber nachzudenken. Das ist ein Call. Holger? Ein Bier. Ich halte das nicht aus. Ich habe das nochmal drei Tier ausdiskutiert. Asperte von Zimit. Du sagst, was mir kostet. Irgendwann kommt der Blick vorbei. So, Dirk hat noch wieder den Race-Button gefunden. Ich wieder fahre schon eine Inselbewerbung. Bier trinken. Knut Calls und Klaus mit dabei. Drei Spieler. Und Knut hat hier den Birk ordentlich gemischt. Aber alle verpassen. Und Birk kann. Hier kommt die Betten von wegen Banane. Knut geht einfach aus dem Nichts All-In. Mit der besten Hand. Ohne es zu wissen, auch ein Katastrophen. Katastrophen-Nuf von Knut hier. Obwohl der Tatsache geschuldet ist, dass er gerade eben Aspernig so verbrillt hat. Oder misplayt hat. Aber in dem Fall tatsächlich mit der besten Hand macht er hier den Pott. Nichts wäre es gewesen. Aber weißt du das nicht? Das sind die Katastrophen-Nuf von Knut. Also hier blind reinzustellen. Ohne irgendwie irgendwas. Naja. Bei den Sprüchen, die jetzt wieder hier kommen. Habe ich nicht für euch so ein Hals. Wer austeilt, muss auch ein. Streck nicht. Oh. Nice. Volga. Ja. Schau mal hier. Ich habe einen Verbesserungsforschach. Vielleicht liegt es an meiner Auffassung. Das farblich Unterlegte könnte ein bisschen heller sein. Okay. Das sind ja auch so ein Hals. Wenn ein dick zu tun. Okay. Als ich mir denke, wo ist es jetzt? Jetzt? Jetzt habe ich es gerade aber gewusst, wo es ist. Ich soll es jetzt machen. Hast du, wenn das geht? Ja. So, mach mal was Knall-Oranges. Super. Ist doch auch. Amtl-Orang. Was ist die Leistenpassung? Wisst ihr was? Ja, die Leisten. Äh, Sven? Moment, Moment, Moment. Nichts. Ich bin aber schon in der Briefkunde. Ja, gut. Mein Freund, ich helfe. Ihr, noch nicht ihr. Ja, das ist nicht. Erst durch die Maus her. Ja, 8, 15. 8, 15, ja? Das ist nicht. Nee, weil du als König nicht Priefer-Bolli gegangen bist. Das ist nicht mehr als Antis. Mimimi. Mimimi. Das ist ja das Coole, dass wir das jetzt, äh, alle weltweit bekannten Farben, äh, nutzen können. Weltweit? Alle weltweit bekannten? Alle Indien-Ange-Farben. Alle? Unendlich. Guckt ihr den Pirk mit den Kleppen an, wie Gott, die wir heute spielen. Ja, ich brauchte wohl ein bisschen länger, bis ich das gemacht habe. Den Farbwunsch. Also grundsätzlich können wir jetzt bei der Software das Layout oder das Design von der Einblendung, von dem Overlay verändern. Also sprichst auch die Farbgestaltung. Habe ich ja für den Stream extra so ein bisschen, ähm, dezenter gehalten. Das ist ein gutes Feature. Im Stream wird was Neues programmiert. Ja. Aber irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Nein. Irgendwas hat nicht funktioniert. Also muss ich wohl noch mal vorgesehen. Hat wohl nicht so funktioniert, aber es war eh. Wieder eine Folge zum Vergessen. Von daher passt es einfach eben das technische, äh, Konzept. Wer hätte das gedacht? Ja. Hätte ich das bei meinem Smartphone auch? Aber da war ich schon ein bisschen resigniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem technisch so viel schiefgegangen ist, war ich überhaupt froh, dass das Stream läuft und hab gedacht, ach, was soll's. Lassen wir mal so laufen. Zurück zur Action, Hand Nummer 36 und wieder natürlich, äh, Birk Raced eröffnet und kriegst mit der A halt auch einfach von jedem einen Call. Kevin hier mit den Dreiern, Knut mit Ace-Jack nur mit dem Call. Wollah mich auch noch eine Option hier zu raisen. Den Flop spielt der Knut an. mit seinem Gut-Shot. Ja, nicht die beste Hand, aber vermeintlich. Ich hab den Gegner reist, wenn aber keiner connectet hat und Kevin hier nur die Dreier hält. Mein Gott, seid Illusion. So hätt ich dich da ausgesinnt. Also, macht er gut, der Knut. Ab und zu geht die Taktik halt auf, wenn die Gegner halt total verpassen. Knut spielt ja gern mal... Gern mal seine Bildkarten an. Also, das ist halt... Das ist halt... Hier doch nicht vor allem? Ja, quasi... 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 Jetzt geht es rund. Quasi... Jetzt bräuch ich immer Ass-Ass. Biele, Ass-Ass wie der jetzt bin ich. Ich hab's auch schon Ass. Ass und ich 3-5. Dreifach-Straddle. Als da reinkommt, ist alles okay. Okay, die Action nimmt wieder Fahrt auf. Dreifach-Straddle hier. Wer ist Dreifach? Oh, der wirk. Jetzt kannst ich mal zeigen, was du kannst. Pizza einlesen. Jawohl, danke. Und Kevin wieder Pocket-Dreier. Back-to-Back. Klaus Option. Klaus limmt hier rein mit König 2. Offsuit. Interessant. Keiner hat das bekommen leider. Link. Wir sind quasi mit Birk. Nur mit dem Check, okay. Okay. Auch untypisch. Normal erhöht er da ja nochmal. Vier Spieler. Stopp. Du warst rausgekommen. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Oh je. Ah, das war eine Verzögerung. Krass. Ich hab's allein gelöst. Maroon war noch drin, obwohl ich ihn auf Holden hatte. Aber der Bildschirm ist hängen geblieben. Und dann hat sie es aktualisiert und dann war er weg. Stark. Ja. Ja. Ich glaub, das bleibt ein bisschen. Eigentlich wird's mir doch nichts frei hier. Wir brauchen mal so eine Fritzbox. Ja. Warum er es da trifft? D8. Birk trifft D10. Ähm. Ich los den Oppenander. Geht einfach so. Du musst das ja dann anmelden. Das ist ja das erste Mal mit dem Wedermonitor. Der ist nicht delayfrei. Der ist auch nicht delayfrei. Kann aber auch nicht überstehen, glaube ich. Der ist ja das erste Mal mit dem Wedermonitor. Der bleibt aggressiv. Baumeister jetzt noch zusätzlich mit dem Kreuz. Lastbar. Natürlich mit dem Call. und der river blankt check check ist beiden nicht geheuer der junge nehmen beide einen showdown und birg zieht den pot hier, nice! hat eigentlich auch am besten getroffen also von daher alles gut gelaufen, alles richtig wenn ich kreuz nicht mal auf meinem rüber kommen wärst du schneidest du deinen flach gar nicht mal ich hab nur einmal mit dem check check pick blind die war wichtig roll chef äh, birg, das ist doch nicht nötig ach so, dass du pausch es gibt's irgendwas zum mosern es gibt's auch immer was zum mosern ich hab's auch kevin und kurka, einen lieben Dank gut gemacht 1,50 so, wieder doppelstretter und kevin eröffnet hier 1,50 maroon jetzt hier mit ask clinic im big blind wenn er 3 wird auspackt 3,50 auch gute größe hier wird wahrscheinlich keinen zum folgen bringen jörg fängt an zu callen und dann callen die anderen beiden natürlich auch auch f78 sehe ich hier nicht folgen mit 6,7 suited der rüber raus jetzt kommst du dann kommst du nicht mehr raus ne, dann kommst du nicht mehr raus aber 4 nicht, sondern 4 und 4 interessant first in ass hoch, 3 kreuz Birg hier mit dem Gutschot und dem Nutplast-Sort, das wird ja auch nicht folgen. Ruhn mit der Conti-Bett, 6,50 und Birg mit dem schnellen Coil. Ah, die Kreuz-9, die wird ein bisschen die Action verlangsamen hier von Maroon, kann man nicht vorstellen, dass er jetzt hier nochmal setzt. Was weiß ich schon? Sieht so aus, als würde er doch setzen. Oder doch nicht. Ah, findet den Jack. Also ein Kreuz. Birg hier mit dem Mini-Bett. Instapold hier von Maroon. Eigentlich ganz gut hier, findet Birg, so klein zu setzen. Schön, ein König, ne? Leider keinen, hat er Gott sei Dank keinen Beweis gehabt. Oh, ein schöner Pott. Was für Lüben, was für Lüben hast du da im Chat? Ich weiß jetzt noch nicht, wie der große Pott hier zustande kommt. Da hat da Cash in Bar wohl auch noch irgendeinen Fehler gemacht. Also die Hand muss ich mir auch nochmal angucken. Ich hätte gleich mal anfangen sollen, welche Hand ich mir so angucken muss, damit ich das nachher nochmal kontrollieren kann. Das erklärt aber auch, warum wir immer wieder mal so kleine Abweichungen oder Fehler drin haben in der Endsumme. Da hatte Birg es plötzlich einen Riesen-Pott, so viel war aber gar nicht drin im Topf. Machst du mal ein Zeichen, oder? 38, okay. Ja, das ist gelb und war. Ja. Ja. So. Ja, doch, doch. Kommt hin. Irgendwas. Uniflob. Dann nochmal 12. Und ja, doch, doch kommt einigermaßen hin. Wahrscheinlich doch gestimmt. Okay. Hand 39. Soll ich mal? Mhm. Mhm. 6D. 8D raus. Hau. 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 Ja, F-78 hier. Mit dem kleinen Open-Race. Check in the Star. So, kriegt hier vier Korne. Ja, quasi so ein kleiner Mini-Family-Pott, sag ich jetzt mal. Ja. Einfach günstig. 1,30. Ja. Dann nimmt er wahrscheinlich auch direkt mit, ist da der einzige, der hier connectet. Und zum vierten Mal Tattoo-Kartar. Wie soll's auch anders sein. Ja, easy game hier für F-78. Das ist richtig Small-Ball-Poker, aber auch das führt zum Ziel. Hm. Hm. Easy game. Ja, und in totalen Zahlen, das weiß ich ja nicht. Du musst das schon mal richtig aufrufen. Das kann nur der Kollege bei dir. Ich bin mit Abstand die Letzte. Immer mit Abstand die Spiele stabil. Doch, können wir gleich, ja. Ich will mal sagen, die Spiele stabil. So, Straddle 1, Straddle 2, Straddle 3. Jetzt immer noch. Warte. 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 Ja, Straddle-Action geht weiter. Auch mit der Hand. Drei-fach Straddle hier von Kevin. Das macht so keinen Spaß. Er hat vier-fach vergessen hier. Ja. Das hätt ich mitgemacht. Ah, Birk hat tatsächlich gefoldet. Da wird Fieze dabei und Klaus von Klauen fold. Ne, Fieze hat geraced. 3,25, deswegen foldet Klaus, Kevin wird aber auf Elf wieder callen. See you todays. Und Kevin trifft hier auch. Gibt's aber auch mit Treffer und Gutshot. Bitte? Bitte? Ich hab fünfmal Rebuy gemacht. Fünfmal Rebuy? Oder? Dreimal, aber zweimal. Kein Spinner. Kevin hier mit der Tiny Bat. Und hier rüber, ja. Und dann, der Sieben ist mit Blank. Kann der Kevin mal größer ansetzen. Mach da aber nicht, bleib bei den kleinen Betts. Bei 50. Gibt's für ein Fieze vielleicht nur so eine marginal gute Hand. Vielleicht hier auch mit dem Pocket Pen. Ich weiß nicht, worauf ein Fieze hier setzt. Und ein drittes Mal ein kleines Bett. Ja. So. Ab. Ah, und holt hier aber drei Betts vom Fieze. Mit Second Pair. Also. Wie sagt man Poker? Dünner Value. Denn Value scheint aufzugehen, die Taktik. Voll geil. Okay. Also. Letzte Stats Runde für die Session. Vor dem letzten Orbit. Da haben wir es. Maroon weiter vorne. 400 Lagen. Klausen F8. Das sind so's. Fieze jetzt am Ende vom Leaderboard. Mit 4 Lagen Minus. Birk immer noch aktivster Spieler. Neben Kevin. Höchster V-Pip. Aggressivster Spieler auch weiter der Birk. Der Race quasi. Gefühlt immer. Das ist das Zeichen für die Stats am Sand. Und Winrate. Um jetzt auf Umruhe. Hat es. Mal ein paar Hände nicht gewonnen. Ist aber immer noch vorne. Entsprechend wieder Bord. Und weiter geht's. Letzter Orbit. Das große Finale. Und ich glaub da hab ich jetzt noch mal die Ehre. Den letzten Orbit verdienen. Das war meine erste Geschichte. Was ist denn schlecht? Was ist denn schlecht? Ja weil das einfach nicht vorne sehen war grundsätzlich, dass da immer hochgucken hat. Genau. Das ist immer eng. Oder ist eng. Und dann hab ich ihn mal hochgucken. 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 Ja. Mein Spielersimmer ist nur so. Äh. Focola. Also ähm. Mein Spielersimmer ist nur so guter gesetzt. Das war aber nicht. Der Jens war so ein Typ zum Beispiel. Der Jens war so ein Typ zum Beispiel. Der hat schon so einen Nackensperre gehabt. Ich hab immer Schmerzen hier. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber auch Psychologe. Ah ich hab schon äh gemischt. Aber kommst du nochmal. Sehr geil. Jetzt hat er schon die erste hochgemischt. Ja. Jetzt hat er das Fertel ja. Alles schon abgesprochen. Fertel sind auch schon drin heute. So guten Tag. Also guter Start in den Tisch. Aber nur die Blindseins sind einfach 50 Cent ein Euro hochsetzen oder? Ja Maroon thematisiert hier das fleißige Straddle. Scheint ihm wohl nicht so zu gefallen. Aber wenn die Spieler mal einmal in dem Modus sind. Könnte man eigentlich auch mal machen, dass wir mal einen Abend die Straddles begrenzen auf einen Straddle. Das finde ich auch mal nicht schlecht. Das artet doch immer wieder mal aus. Und erhöht dadurch die Koordinatstripline. Gern überlegen. Werd ich das einfach dann mal zurückgrenzen. So, Baumeister am Button. Haut hier das große Race raus und kriegt seinen Caller in Birk. Hier haben wir schon ein paar Duelle ausgesprochen. Jetzt gibt es nochmal hier ein Abo vom Schwab. Auch ein treuer Mitstreiter in unserer Pokerrunde. Hier. Check, check. So, Baumeister jetzt mit der Kontibett am Turn oder mit der verzögerten. Birk und Treffer natürlich sofort im Call. Dann gucken wir mal, ob der River hier noch irgendeine Veränderung bringt. Ja, das Ass am River. Das ist eine gute Karte für den Baumeister. Wird dem gefallen. Fünf ist die Bett. Ich denke, es ist jetzt hier fünf am River. Sieht sich vielleicht nach vorne oder so eine Art Blocking-Bett. Und Baumeister nur mit einem Call natürlich. Easy Game hier für Baumeister. Also das Bett finde ich hier jetzt ok von Dirk an der Stelle, wenn er hier checkt, muss er vielleicht mehr bezahlen, so kann er den Preis nicht selber bestimmen, also klassische Blocking Bett, der Baumeister spielt sich die Hand davon selbst, dass er es da versucht, ist unspektakulär, auch wenn der Pottus gar nicht so klein war, da waren das Schadelei, und vorderhand wurde auch noch mal thematisiert, die Geschichte mit dem Kontrollmonitor, die Spieler sind da doch irritiert, weil das jetzt eigentlich über 24 Folgen so war, dass das immer einsichtig war für die Spieler, aber ich glaube, wir werden das schon dauerhaft beibehalten, dass wir das nicht da projizieren. Also 4 bis 5 Wochen im Voraus die Streamtermine bekannt gegeben, da kann man sich in Kalender eintragen, ob man grundsätzlich Zeit hat, und dann geben wir relativ zeitnah bekannt, wer dann beim nächsten Mal mitspielt, machen immer so davon abhängig, wer hat zuletzt viel gespielt, so ein paar... Warum ist der Kevin dann immer das, was ich gerade sagen? Der ist ausfüttern! Der ist ausfüttern! Cool Team wie die Lisa! Das ist Wahnsinn! Also, du musst das mal so ein bisschen abstimmen, da kannst du dich pro Forma einfach eintragen... Ja, Frau Meister bleibt hier auf dem Kartradal, hat Nummer 42, er wird hier nach dem Glimper... Heute gab's zu wenig... Wie ist das, Junge? Ja, was ist das? Heute bist du gern gesehen! Ja, so... Ja, so... Cool für den Call! Willst du da grundsätzlich rein in die Gruppe? Kannst du machen, ja... Ja, und dann... Du kannst das selber nicht schreiben in der Gruppe, du kannst nur auf den Link klicken und dann nicht an die Frage geben... Ah, ok, das kannst du machen... Keine so Blabla Gruppe... Außer wenn ich das schreibe... Da ist wieder Blablama bist du... So unpfledige Kommentare... Ich mach das ja im Allgemeinen... Warum hast du dich eigentlich geduscht? Warum hast du das gemacht? Kannst du mal gucken... September... Hast du auch gekündigt, dass du stinken kommst, dann bist du da... Frisch gestylt... Björk hat sein T-Shirt auch genommen, um Waldbrand zu löschen... All in Move... Ah, der macht Sachen, der Knut... Wilde Sachen macht der Knut, du... Die Sonne prallt dann schon genau dahinter... Also Knut im Yuki-Modus ist unberechenbar... Wenn der mal Feuer gefangen hat... Dann geht aber wirklich alles in Flammen... Leck und nur... Starker Move wieder von Knut... Einfach am Flock und im... Ohne Sinn und Verstand... Und der Baumeister hat... Die beste Hand... Aber leider nichts getroffen... Von daher... Holt er hier... Und Knut... Mit seinem... Schatten... Ja... Kamikaze und... Äh... Zieht den Portier... Egal wer die Hand gewinnt hat recht... Und von daher... Nice Hand Knut... Ja... Hast du gut gemacht... Hast du gut gemacht... Das nächste Mal... Das war... Das war... Ja... 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 Also... Gestern war schon... Also... Äh... Ja... Vorher... Transponsiert... Wo die Leute... Und schwülen... Glaub ich... Ja... Das ist halt auf der... Ost eigentlich gar nicht so schlecht... Da geht halt immer wieder... Wind... Ja... Das ist der heißen Spiel am Tisch... Gucken wir noch... Ooooooh... Sorry... Aua... Oh je... Oh... Cards exposed... Sorry... Oh je... Oh je... Oh je... Dann hab ich keine Augen zu... Okay... Auch mir... Passiert jemand... Bei seiner Hand umgestürzt... Und... Geflippt... Und... Wieder hier... Alarm... Vertwittert... An dem Morgen... War das plötzlich extrem... Verklagst du ihn jetzt... Einmal... Verklagst du ihn jetzt... Verklagst du ihn jetzt... Aber ich muss nicht antworten... Muss ich antworten... Ja... Für uns ist es von Vorgaben... Wenn du gleich sagst... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht spielen... Ja... Den... Als Aggressor... Gucken wir mal... Ob er hier weiter... Weitermacht... Weiterspielt... Du bist vorne... Aszen 7... Manchmal ist es ja auch so... Dass die Leute dann... Zwei Wochen später... Ah... Scheiße... Wie auch nicht... Oder so... Hat er hier... Auf Straße... Der Knut... Da spielt er auch groß an... Hier... Und Vize hat... Hat den Knut... Glaube ich jetzt... Ein bisschen geschaut... Da muss noch weiter... Ja... Ein Turn... Bring... Die 10... Für den Vize... Ja... Man sieht... Das Deck beim Vize... Stimmt nicht... Ich glaube... Das... Stammt noch von der Hand... Am Anfang... Wo der Pott versehentlich an Birking... Da fehlen uns einfach noch diese... Chips... Zehn Tage vor... Und sagen... Wer spielt... Kann uns den Unterschied machen... Die Info in der Karte... Sie können sich einfach drauf einstellen... Oder sich eben... Ah... Ich kann doch nicht wieder so... Naja... Ja... Also... Beide Sonntags... Das war dann einfach so... Dass wir festgestellt haben... Dass die Leute... Einfach mehrere Wochen... Vor Laufzeit... Beide Sonntags... Vorhin beim Birk einmal vergessen... Deswegen war da einmal die Differenz... Wo du rausgezählt hast... Okay... So... Jetzt geht mal... Da der Birk da plötzlich... Sechsten her... Im Stack... Oder anders... Ja... Und Knut hat es hier in der Entscheidung... Ungefähr so viel wie der Vize gesetzt hat... Einige Startende... Da ist sie... Die Zehn... Ui... Jack... Dame... Bitte... Ui... Und Knut kreuz es hier... Ist ja verrückt... Ein oder zwei Mal... Also Knut ist es auch quasi all in... Auch wenn es jetzt falsch einsetzt wird... Zweimal... Zweimal... Nur mit der Chance auf Dame... Ja... Das liegt doch auf der Hand, oder? Ich bin natürlich auch... Also... Entschuldigung... Und... Die lassen es zweimal laufen... Ich hoffe die Damen... Und... Dame... Oh... Ist ärgerlich... Also passt das... König macht nichts... Erster Durchlauf geht an Vize... Zweiter Durchlauf... Wird hier nicht eingelesen... Ich glaube das hat mich falsch bedient... So oder so... Vize gewinnt hier beide Durchläuter... Okay... Und Vize macht jetzt schnell den Chip-Count... Dann kann man den Machine Stack korrigieren... Ja... Da ist unsere Software noch nicht so ganz fehlerfrei... Beziehungsweise... Irgendwie haben wir da noch keine gute Lösung gefunden... Wie wir das besser machen können... Dass solche Fehler nicht passieren... Ja... Der Pod wird dann doch... Wenn man mal die falsche Action drückt... Falsch vergeben... Und wenn man dann selber am Bier ist... Und das dann nicht mehr überblickt... Weil man schon wieder die nächste Hand mischt... Dann ist der einfach gut geschrieben... Der Pod beim falschen Spielern... Dann kann man das dann auch nicht mehr so ändern... Da wäre es natürlich schon ein Vorteil... Man sitzt in einem separaten Monitor... Und kann das in Ruhe machen... Dann hat man doch da die Ruhe... Und die Konzentration auch... Das ist immer gut und richtig einzugeben... Ist noch so eine kleine Schwachstelle... Wollen wir ja mittelfristig auch so machen... Dass wir da einen separaten Operator haben... Der das exklusiv macht... Um genau solche Sachen zu vermeiden... Ja... Ist uns aber auch nicht tragisch... Wie gesagt... Macht man einfach kurz einen Chip-Count... Und dann... Ist das eigentlich auch schon gegessen... Macht der Vize hier auch... Wird kurz gezählt... Eingegeben... Und dann... Ist alles wieder gut... Und dann... 25.000 Kanal... Kann Spaltes für 999.999 einmal einsetzen... Und was gibt es dafür? Ja... Was auch ein bisschen schade ist... Bei dem Nachkommentieren... Dass ich keinen Einfluss mehr... Auf die Bildregie habe... Wenn ich den Live-Team mache... Und die Steuerung funktioniert... Also funktionieren würde... Dann kann ich natürlich immer... Die Bildregie entsprechend anpassen... Was halt gerade so passiert... Im Hintergrund oder am Tisch... Ähm... Das fehlt jetzt ein bisschen... Und merkt man im Stream auch an... Man sieht das Board nicht... Ähm... Die Kamera bleibt oft stehen... Ist ein bisschen schade... Aber ich bin trotzdem froh... Dass wir die Folge überhaupt retten konnten... Und äh... Somit dann die... Die Staffel jetzt am Ende bringen können... Äh... So... Mood call... How is it? Great... Oh, mal... Keins fette... Interessant... Auch nur wirklich... Quasi der... Wie nennt man das dann? Der... Straduland... Äh... Wäre... Gewesen wäre... Straduland... Gratuland... Straduland... Keine Ahnung... Der... Zu stradulnder Spieler gewesen wäre... Ähm... Gibt's kein Zürde... Ähm... Dafür gibt's ein... Normales Open Race... Ähm... Oder ein saftiges Open Race... Hier von... Birk... 75... Mehr Punkte... Wir haben die... Mehr Channel Punkte... Drei Caller... Das wäre ein Bonus... Das ist einfach... Und... 6-7-9... Interessantes Board... 6-7-9... Knut... Knut... Kann hier keiner... Stiert mit dem Open Ender... Feuert hier weiter... Spielern irgendwas nicht... F... F... 75... 7-5... F... F... 78... Nur mit dem Call... Knut... Mit dem Call... Drei Spieler... Mittelpaar... Tunis... Ziemliche Blank... 2-10... Die Bett... кт... 34... õh... Ja... F... Eine F...78... Spielt hier... Äh... Ein... Ein bisschen auf Pod-Kontrolle... Hätte hier beide mal eraisen können... Hält den Pod... Aber... Klein... Und... Das wird er hier zum Verhängnis... Das Pick & Rever.... customis przech... Hier kommt der kleine Bett und kriegt den Call. Da ist Kevin hier mit dem 40er-Abo. Guter Mann. Direkt vom Tisch, nutzt aus, dass er nicht mehr in der Hand ist und haut das Abo noch raus. Ja, die Alerts ist auch noch mal so ein Thema. Da muss ich auch noch mal rumgehen. Irgendwann. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank zwei Wochen Urlaub im September und kann mich da noch mal ein bisschen an die Gestaltung des Streams machen, wenn die Technik fertig ist. Die ist noch nicht fertig. Das sage ich jetzt einfach mal. Lass man es einfach mal so stehen. Ich hoffe aber, dass ich für unseren nächsten Stream, der da am Samstag den 14.09. stattfindet, alles fertig kriegt. Das wäre dann nämlich unser Start in Season 3 mit Episode 1. Da ist mal noch einiges an Arbeit vor mir. Ich bin mal optimistisch, dass ich das irgendwie alles zum Laufen kriege. Siebte Mordefolge. Hype Train, helft enteriert sich Station und ist at Level 1. Thank you. Train? Aber wir haben einen Hype Train. So, jetzt machen wir den aber aus. Haben wir einen Hype Train? Ja, guck mich drauf. Das tue aus. Ja, ja. Das verzögert aber auch ein bisschen. Nein, nein. Zwei Sekunden oder drei. Aber ich habe nichts gesehen. Bin ich denn? Das wäre auch vollkommen egal gewesen. Das ist nicht passiert. Das hat noch keine Karten drauf. Oh, da bin ich gespielt. So, ich doch noch nicht. Ich habe 3.9 und 3.9 und 2.8. Das hat sich auch schon mal. 18. Ich habe 3.9 oder so. 2.8. 3.9. Race. Oh, kurz vorm Schluss noch mal. Okay, da könnte auch mal ein bisschen was gehen in der Hand. Mit dem Race, Klaus mit der 3-Bet. Nein, mit der 3-Bet und F-78 mit der 4-Bet. Also bis 1 ist der Streamer. Das ist auch nicht so oft heute in der 4-Bet. Also ein F-78, der eher Titus-Image hat. Klaus sieht ja super Hotz und hat ja auch eigentlich eine gute Hand, um Postflop zu spielen. Ja, kann man auch callen. Zwei Spieleheizern. Nee, der haut nichts raus. Das war ja geil. Überleg mal, ich. Klaus hier mit dem Treffer. In Position. Cash-inbar ist awesome. Zei, just trabt ein Bit. Yeah. Ja. Was soll ich da vorliegen? Ich weiß nicht. 73. 75. 75. Die Conti-Bet. Klaus nicht. Alles ist heute los, Schwab. Hallo, Schwab. Ich glaube, ich habe ihn gesperrt. Ja. Klaus mit dem Qual. 25.000. Ich muss hier ausgegeben werden. Richtig. Der Bunker. Der Bunker. Krei-Punkte. Genau, was im Nick dir nichts passiert. Er wird auch gesperrt. Beleidigungen da. Nichts. Der Bunker. Ich muss jetzt mal mal abmalen. Der Bunker. Der Bunker. Und F78 baut noch maximalen Druck auf, um die Hand irgendwie zu Ende zu bringen. 4,55. In diesem schon deutlich aufgeblähten Pott. Mal gucken, ob der Klaus hier noch ein Fold findet. Wenn du irgendwas von hier siehst, was gerade stehen kann oder so. 4,55. Nein, ich röte den Klaus mal raus. Ja, sagt selber, der Klaus. Also, ob er da noch rauskommt. Ein Bit. Hast du schon hier erzählt. Das ging gut. Ist gut. Mach. Schrecklich aufs Bit spendieren. Das geht immer durch. Das geht immer durch. Das sind halt einfach gute Odds, ne? Ja, passt nicht auf. So, eine neue Dierde-Call. So, spannend. Ja, und er called. Holy shit. Cash-in-Bar ist awesome. Serius trabt ein Bit. All in on Call. All in on Call. Genauso sieht es aus. Klaus braucht Glück. Good luck. Ich auch nicht. One time. Was dann? Good luck. Da hat es den Lübber A verspätet eingelesen. Es ist die Herbstwind. Also, kein Glück für Klaus. Oder besser gesagt, die beste Hand gewinnt. F78 kriegt hier den Verdoppler von Klaus. Also, ein nice Hand hier von F78 mit dem Jungen. Hat er gut zu Ende gespielt. Hat er gut gemacht. gegen F4, gegen F4, gegen Antwerpen, der Applaus ist da schmerzfrei. Also, der fuhrtet er auch nicht mehr. Und derer Sportsmann kennt er natürlich den F78. Weiß er selber, dass er da ein bisschen auf Risiko gespielt hat. Holy shit. A hype train just ended at 63% per cent through Level 1. Enthält zwei Krise-People-Partizip-Petting. Petting? Was machst du da gerade? Ja, also, das war jetzt gerade noch so ein bisschen das Rest-Feature von diesen Alerts, die ich da nicht deaktiviert habe. Das ganze Twitch-Gebubble. Also, beim nächsten Mal ist das alles hoffentlich im Griff. Habt die Fehler schon erkannt und werde die hoffentlich noch ausmerzen. So, wir haben das V4, Baumeister und ich glaube, es wird der Birkul ist. Ray ist 1,50. Wie geht's denn? Ich glaube, es ist cool. Können wir das Call. Was ist ein Neutron? Eine geile Luftvergleichung zu gestern. Okay, interessante Hand. Vize eröffnet hier. Knut nur mit dem Callen hier. Mit Ace Queen. Mit seinem kleinen Stack. War ja nicht ideal, hier die Lage reinzubringen. Maroon called. Baumeister. Squeeze hier. Und jetzt ist für Knut die Entscheidung sehr einfach. Ich wollte jetzt ein 8,40 sein. Bringt alles rein. Und Baumeister kommt jetzt natürlich auch nicht mehr raus aus der Hand. Also hat der Knut durch seine komische Spielweise irgendwie es geschafft, die schlechtere Hand zum Callen zu bringen. All in and Call. Call. Also, gute Ausgangssituation für Knut. Showdown. Ace Queen. Ace Check. Aber tot ist der Baumeister nicht. Ace Check. Der Junge ist live. Good luck. 27% ist doch noch einiges. Bereit? Klar. Ich lobe ihn auch noch. Was soll ich da loben? Hat wieder schlecht gespielt. Und da sehe ich schon den Jungen. Oh, da kriegt der Knut gleich die Quittung für sein Play. Das meinte Kevin. Ja. Knut muss tief durchatmen. Ja, die 7 in der links. So, jetzt braucht der Knut die Quittung. Ich glaube, der Baumeister. Kommt aber nicht. Die neuen Baumeister nimmt den Knut hier vom Tisch. Jetzt nicht. Und zieht den Pott hier. Nice Hand, Baumeister. Los an den Tisch von Cash-in-Bar. Cash-in-Bar. Komm mal los. Ja, also. Hat der Knut verpasst, vielleicht das Tool-Flop hier zu erhöhen und den Baumeister damit aus der Hand rauszutreiben. Ja, auf der anderen Seite, wenn der Knut hier um ihn geht, ob der Baumeister da verholdet, man weiß es nicht. Ist natürlich jetzt im Nachhinein müßig. Und, ja. 25% sind halt einfach 25%. Verlierst du dann einfach halt oft in so einer Situation. Gut, Knut hat nochmal nachgeladen. Und im Stream spielen wir noch zwei Hände, wenn ich es richtig sehe. Und dann kommt die große Endabrechnung. Ja, großen Anführungszeichen. Es kommt dann die Endabrechnung. Den Rauchkörper auch mal auslischen. Klar. Wenn ich nicht weh hier... Ja. Ja. Alle Falls. Was für das Swissgebot? Ein blöder Verein. Das ist ja... Dieser Irish Home. Die geht nicht alles. Das ist so... So. Malone erhöht hier. Mit der besten Hand oder mit der dritten Hand. Über zwei Corner. so Bord kommt runter, Dame 8, Junge mit Top, nicht Top 2, äh, Bottom 2 aber hier gegen wer kriegt oder Action generieren kann Maroon mit der Conti-Bet und Birk nur mit dem Call, finde ich gut In-Position, mal gucken, das Ars natürlich ist gut an der Stelle wird der Maroon hier die Action auf alle Brille fortführen ich glaube nicht, dass er das Ars checken wird ohne Taktik wäre, den Pot hier ein bisschen kleiner zu halten gibt er doch viele Hände, die da gut sein können, egal nun spielt an 5, 30 ist die Bet und das wird der Birk auf alle Fälle auch Callen jetzt brauchen wir eine gute Turnkarte, äh, Ripper-Karte natürlich, pardon eine 5 wäre Sig, das wäre eine absolute Money-Card da wird alles reingehen eine 2 ich glaube jetzt wird er Maroon wahrscheinlich Check-Call spielen ja, von wegen, was ich hier für Theorien habe oder mir vorstelle, was er machen könnte stattdessen spielt er 10 an und stellt den Birk hier für eine Aufgabe ja, aber der Birk würde doch jetzt nicht folgen, oder? also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Birk hier folgt das wäre ja krass nee, natürlich nicht Birk Calls A5 und 2 Pair 2 Pair reichen schlechte Nachrichten für Maroon ja, ein nice Hand hier von Birk vielleicht ein bisschen überspielt von Maroon ob man vielleicht auch Check-Call spielen können am Ripper oder ein bisschen Pod-Control man hat halt ein Kicker-Problem gegen stärkere Asse und ja, wegen aller Arten vom Group her selbst wenn der Birk hier Flasch draufgehalten hätte der hat Leute nicht mehr am Ripper der hat ja auch gebrickt also von daher naja aber gut die Hand wird so gespielt und für Birk jetzt natürlich noch ein schöner Potting draus nachdem er die Session doch ordentlich geblutet hat oder bluten musste sei ihm gegönnt es sei ihm gegönnt so, ich glaube das ist die letzte Hand für unsere Session wenn ich jetzt das so richtig mitbekommen habe ja, und da ist jetzt eigentlich nur noch Gemüse unterwegs da ist leider keine gute Starthand dabei und du sagst, dass die Hamas und die Hamas das geht schon langsam und die Hamas König 9-4 gucken wir mal, ob jemand hier noch ein Bett auspackt oder nicht ja, kann ich aber jetzt im Ende schlimm hat er gedacht, gleich mir hat es zurück und du musst schon schauen wir haben ja alle alle checken die 5 check, check ich bin zum Baumeister der Vize mit seiner 4 spielt mal an kriegt zwei Calls gibt es vielleicht auch noch irgendeinen Pot sieht er nicht so aus der König am River ist dann glaube ich das Ende der Hand ich glaube da ist dann jetzt auch gut ich glaube da ist dann jetzt auch gut das ist jetzt immer noch kein Startpätenwürfel ein, 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 ein ja, also hier die Stats Maroon immer noch vorne aber hat sich ein bisschen ausgeglichen und spielt jetzt ganz hinten am Vorpip hat sich nicht viel geändert der ist jetzt bei 75% Eck um nur hier zwei Stücke für Stühle der hat ein bisschen abgenommen ein bisschen abgeflacht bei der Race-Kurve und die Winrate hat sich auch ein bisschen angeglichen Maroon ist noch bei 35% aber gut ich hatte ja eigentlich gesagt wir spielen den letzten Orbit oder das war die letzte Hand wir haben uns aber dann wohl entschieden noch einen Orbit dran zu hängen das heißt wir gehen auf 56 Hände daher gucken wir uns noch einen Orbit an das war einfach zu wenig haben wir uns dann wohl gedacht in der Session ich weiß auch gar nicht warum oder wie oder was aber wahrscheinlich war das einfach keine würdige letzte Hand und hat sich gelohnt Hand Nummer 49 sieht wie versprechend aus Klaus andere Gun Klaus die Laus ein weiteres großes Pocket-Pair das ist das Problem das ist das Problem wenn man so über so ein Scheißes das steht da wir haben halt schon nur einen von der Hamas und die schrauben das mal hier machte auch ganz guter Klaus jetzt nicht overact wie wir dann ganz normal raisen hier ist meine Zinsschnur hinter kommt doch ein paar eigentlich ernste Diskussionen doch eine nötigen Krise Humor zur aktuellen Weltlage Klaus kriegt hier einen Haufen Caller hat doch nur am Vorgang geschickt braumeister am Button mit dem Call und Birk wird jetzt hier natürlich raisen was denn Klaus natürlich hervorragend reinlaufen wird ne der geht jetzt auch nur in bekannter Manier mit so einem Mini-Race das sieht schon wieder viel zu klein aus für die Anzahl der Caller die Ionen an diesem Siedlungsbau das ist ein extrem schwieriges Thema und dieses Machtverhältnis die orthodoxen das ist glaube ich ganz schwieriges Thema das ist ja klar Birk 1,25 natürlich auch Katastrophe den Bed-Size Klaus ist natürlich gut braucht hier gar nicht so groß wie Raising kann hier den Birk drin halten hat er Position kann den Potsch später noch aufklären auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch hier schon pre-floppen ja Geld reinbringen egal wir gucken uns an was der Flop bringt 6-4-4 für Arthur natürlich ein sehr guter Flop Klaus spielt hier über Pot an sehr interessant aber foldet der Birk tatsächlich ok na gut den Pot macht der Klaus klar hat er vielleicht ein bisschen übersteuert am Flop hätte er pre-flop höher raisen können oder den Flop einfach klein setzen oder nur checken damit der Gegner noch irgendwie die Möglichkeit was aufzugabeln weil das der Becker der könnte alle möglichen Hände halten so viel wie das spielt naja Klaus wird's recht sein besser den Pot machen als jetzt da mit Astro noch ins schwitzen kommen und Klaus wird's recht sein und Klaus wird's recht sein ist ja noch gegönnt so ich merke jetzt aber hier nach 2 Stunden 53 Minuten so langsam werde ich auch so ein bisschen naja nicht heißer aber man merkt schon wenn man 2 Stunden 50 Minuten redet ist das schon ein bisschen anstrengend vor allem jetzt am Abend 19.45 Uhr da ist der Tag eh schon lange so viel Wasser kann ich gar nicht da hätte ich mir vielleicht mal einen Salbei-Tee machen wollen naja beim nächsten Mal ich habe auch kein Getränk kein Gescheites das ist halt auch nochmal ein Fehler normal kriege ich von Kevin ja immer ein gutes Getränk ist natürlich jetzt bei so einem Voice-Over nicht der Fall aber ich bin jetzt sicher beim nächsten Stream da hat Kevin wieder reich bedenken beschenken beglücken mit furchtbaren Getränken die ich dann trinken mit uns zu aber das gehört dazu die politischen Diskussionen gehen weiter vom Nahen Osten in die russische Politik-Historie da wird alles thematisiert mit uns zu mit uns zu mit uns zu mit uns zu Björk am Button raced hier auf der Doppelstratte ist der hier ein Caller? ne er ist 78 foldet und Kluge 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 mit alter Kluge Maneer wird von vorne gesetzt und dann auch direkt all in das ist ja die nächste Katastrophe vom Kluge stellt er einfach hier alles rein auf den 4 4 20 klop steht er 18 rein also Kluge außer Rand und Wand ich glaube dem ist der Frühschotten nicht so ganz bekommen außer Rand und Wand aber lassen wir uns mal dahingestellt der hat wohl auch ein bisschen gelitten aufgrund der Pokerhände die haben ihm wohl auch ein bisschen zugesetzt emotional dann kommt so eine Spielweite vielleicht auch zustande die Chinesen sind abhängig von den Iranern das wäre ja sehr sehr abhängig oh da bin ich raus ich muss da abnehmen was die Erwanderung so weiter angeht Pizze noi daisy 75 aus Fox Kevin Con 3 Spieler ist es die letzte 10 Minuten also den Arbeiten zu ändern ist es nicht zu ändern ok so lange bin ich dabei bis zum äh spiel ich meine Hand check muss es sein Carlos hat gestern äh 1,30 der Carlos hat gestern Kings gegen Aces gewonnen mit Kings mit Kings ja aber jetzt jetzt die Frage an euch wie hat er das gewonnen Flush nein wie also wie ja genau ist es klar auf den Rimmer ne nein ach komm das ist viel kurioser echt am Flop ging es rein Ass hoch und dann kamen noch zwei Kings ich würde sagen es ist noch kurioser ich würde sagen es ist noch kurioser Taps 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 war es eine Oma Hand ne es war eine normale Hand welche weißt du der Michael hat gealt und ich ich gebe eine Karte und er ihm rutscht so aus es ist ein Ass dann kriege ich die zweite Karte ich gucke runter es ist ein Ass er nimmt das Ass weg ich kriege zwei geführt ich hab mal gestern und dann kommt halt Carlos Reyes ich war ein Call in dem Fall dann nur weil ich ja nur Ass zwei habe nicht Ass Flop kommt dann irgendwie ich kriege Flush Draw plus Pair und Carlos hat halt Kings über Pair Kings halt rein Carlos gewinnt die Hand normalerweise hätte er zwei Hände eigentlich Ass bekommen aber Michael hat es falsch Torsten und dann ziehe ich die zweite Karte an Ass dann kriege ich quasi noch die letzte Karte nachdem alle eine Karte bekommen haben kriege ich eine 2 statt Ass und dann kriege ich also ich call dann Carlos Reyes dann kommt der Flop 289 und ich habe Flush Draw plus Pair da geht es halt rein zwischen Carlos und mir und Carlos und Kings du hättest eigentlich Ass ich hab eigentlich Ass gehabt und der Laune gehabt danach oder? gleich danach bin ich dann umgegangen mit dem Reststack der ich hatte wieder mit Ass und ich habe gegen König 7 verloren Nein Geil danach habe ich noch Könige verloren gegen Ass 7 oder was weiß ich nicht war nicht gegen ich war gegen gegen Ass 7 und dann habe ich nur dann habe ich nochmal Kings verloren das ist hart gegen ne ich habe noch die die Leiden ist genau schön genau ich bin jetzt krass am Strand da genau beobachtet was du machst ja die Geschichte wollte ich jetzt einfach mal unkommentiert lassen wenn der Kette mal hier seine Pokerleiden zum Besten gibt so kann eine Session halt auch laufen dass man wirklich so auf die Fresse bekommt mit gutem Händen schade schade aber so läuft ja der Poker ne da muss man einfach nervenstark sein den Kopf bewahren das kann der Kette ja eigentlich eigentlich ist es ja stärker vom Kette ja gut das war dann nur vermeintlich der Asse ja 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 das hat vielleicht auch nicht wirklich so gemacht so was haben wir denn hier eigentlich sechs Spiele am Flop Kevin hier mit dem Flasch der Turn ist die sechs 11,78 mit der oder mit von Bern die ist halt vorne und jetzt kommt auch die sieben im Herz und die macht Kevin den Flasch der checkt aber immer den Tag und kann ich da nicht mehr setzen schade Kevin da hätte es auch nicht mehr viel bekommen oder wahrscheinlich nichts bekommen also Kevin zieht ja den Pott ohne irgendwas gemacht zu haben oh da sehe ich auch gerade ist ein was Fehler unterlaufen ich mische die Karten ohne in der Bierrunde zu sein das waren Fehler ich habe mal kurz gesehen wie die Karten noch eingelesen wurden bei den anderen bei Kevin stand schon der Gewinn von daher ist es nochmal gut gegangen muss ich für mich aber auch nochmal abspeichern dass ich das nicht mache also immer erst den Gewinn versuchen bevor er gemeint wird ich wusste auch nicht ob ich Treffer noch gechippt aber guter Start 3 1 Tabelle 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 noch halte noch halte ich habe ich habe nächste Woche spielen sie in München oder spielen sie in München ja ja letzter und und toll Idee dann hat er es weitergegen auf WhatsApp war es schon halt schlafen ja genau hat er sofort ich glaube es nur erster gegen zweiter sein das war nee ja klar das war das Abendspiel in dem Augenblick aber es ist 3 1 ja genau und er hat gesagt mach es mach es sofort wer weiß 30 wie war das gestern als du nach Hause gekommen bist und die Dusche geschrieben bist hast du dann erstmal gezischt was hey das war brutal er hat halt gleich heiß geducht ne ich habe echt 5 da zurückgeradelt und boah das war echt tatsächlich das erste was ich gemacht habe direkt unter die Dusche ich habe echt gestunken es war gut ich wollte das nicht der einzigste gewesen sein oder niemand hinter die Straßenbahn fahren das musste ja wieder nicht gewesen sein ja ich spreche die Straßenbahn straßenbahn ging nur bist du an der straßenbahn warst So war es schon heiß. Das ist schon gut gemacht. Eigentlich müsste man Geld dafür kriegen, dass man da hingeht. Kann ja keiner wissen, dass das so heiß wird. Also gestern sind auch zwei von denen mitbekommen kollabiert. Einer ist schon vorm Spiel. Da habe ich noch mitbekommen. Da haben wir gerade das gespritzte geholt. Und dann kam schon ein Notarzt und Trage. Weil ich war mit Lobby noch geholfen, habe auch noch einen Adler gepunkt. Und dann ist vor mir gerade einer umgefallen. Auf mich drauf. Ich bin am Handy gewesen. Ich habe gerade irgendwas gelesen oder geschrieben. Und dann merke ich, dass ich mir etwas gegen meine Schienbein knallte. Da war das ein Hinterkopf. Wenn ich dann da gewesen wäre, wäre ich voll mit dem Hinterkopf auf den Boden gefallen. Ich guck dann erst so, ey, was soll das jetzt? Du hast doch weggekickt. Nein, nein. Ich war halt wirklich, ich habe mich überhaupt nicht aufgepasst, was um mich herum passiert. Aber ich habe dann halt gleich gesehen, ah scheiße und so. Und dann haben sie auch gleich geguckt, wo der Arzt und so. Und dann haben sie gesagt, der ist gerade unbeschäftigt. Der kann jetzt nicht kommen, da habe ich gerade auch andere zusammengeklappt. Ja. Cool. Da ist noch einer da. Ja. Da musst du irgendwo anders holen. Ja. Nein. 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 един enorm kaffee. Eightisede. Histort. Ereignisarm wie Physikton und Knut splitten hier. Die machen beide die Theatermater. Wir spielen ja Schwierigkeiten. Poker gegeneinander. Ja. Zwischenbiorzeuge. Also von daher schiedlich, friedlich geht die Hand aus. Und jetzt steigen wir mit einem Eintritt im Sport in der Session. Wird jetzt auch zeigen, was man gleich so gut ist, ist jetzt auch gut mit der Session hier. Also der ganzen Staffel überhaupt. Ich habe da jetzt genug Poker gesehen und bin bereit, dass die Staffel jetzt in den nimmt. Was? Was? Sieben, Neubau. Sieben, Neubau. Stattler. War es kalt oder war es? War es schon ordentlich? War es schon okay, aber sieben Euro, boah. Ja, da fängst du an zu überlegen, also. Ja, ich habe nicht vorher geguckt. Ja, das ist so schön. Dann trinken wir zu zweit ein Bierchen und jetzt sind 14 Euro los. Ja, Hand Nummer 54. Das ist aber okay. Der Rottos-Shirtel hier an der Stelle. Ah, die machen, das ist gut. Gut, mit den Pocket Amplines. Bin ich mal gespannt, wie er die Hand spielt hier. In unserem Smallcrine. Ja, ja, ja. Klaus hat erhöht auf 1,25 und Knut nur mit dem Call im Smallclined. Und was ist denn da los? Also das ist ja schon wieder. Was soll ich da sagen? Wir schauen mal, was draus wird. Ich weiß gar nicht mehr, dass die Hand so gelaufen ist. Also wirklich verrückt manchmal, ne? Sitzt da inzwischen, gibst die Hand aus und hast schon völlig vergessen, was da passiert. Von daher ist es jetzt auch für mich alles neu. Und natürlich kommen zwei Jungen hier für Klaus. Und dann sind wir noch Knut von vorne, in gewohnter Manier. Und jetzt wird wahrscheinlich nur noch ganz zerfetzt rumlaufen. Das Schicksal seinen Laufnehmern. Einkaufen so, und dann wird alles bingerisch. Um deinen Score zu drücken. Ja, das Problem ist, dass du ja trotzdem ein Einkommen mehr hast. Das sehen die ja dann auch, dass du kein Flaschensammler bist. Okay, ich muss nur ein paar Flaschen. Ja, aber das sehen die ja dann schon. Ja, genau. Das hilft, Klamotten muss auch mit dir. Jetzt haben wir es auch. Knut hier mit der Bett. Oh, scheiße. Das ist Raced hier am Flop. Ja, schau doch, das gibt's. Das musst du ja alles gut drücken haben, weißt? Ja, ja. Geht das gleich wieder hoch, ne? Nimmst du einmal hier das Pfand. Das ist so ein Knut-Fold, die Damen. Also immerhin gut abgut. Alter Fold hier. Hast du es gefunden? Also da hält er noch den Überblick, der Knut. Ne, wie kommst du da hoch? Mit Abstand. Er hat doch geliebt. Achso, na ja, klar. Super, machen wir auch so einen Queens. Halte Stelle. Ein super Spiel. So, wie viele Hände haben wir jetzt gespielt? 55. 55, noch kein Pärchen, okay. Also da ist ein Handy von Klamot. Es lohnt sich doch ab und zu mal, eine spekulative Hand zu erhöhen. Vor allem gegen Gegenspieler wie Klamot. Also, nice Hand hier von Klaus. Ich weiß nicht. Harrast du? Ich hatte auch noch einen Harrast. Nö. Das wäre zumindest mal ein Ansatz. Hattet auch nicht. Wieso, er? Was ist so denn? Du meinst, er würde mit seinen... So, setz. Ja, das ist mein Bestand. Ich habe zweimal als Königabend, wie ich war einmal Dreh. Also das beste, weiß ich. Hattet mal 55. Birk wieder am Solo. Ah, das ist gut. Ja, er ist nicht wieder. Zwei Spiele, Heiz ab. Birk, dominierst du diesmal nur. Das ist andersrum. Ah, da sehe ich schon die 5. Die haben es noch von deinem Stau. Hast du dich eingefallen? Ja, Maroon mit der Contogash, 1,50. Wird gecalled durch den Birk. 1,76. Die verändert nichts. Und Maroon bleibt auf dem Gaspedal. Das hat er die ganze Session über konsequent gemacht. Einfach eben mal gesetzt. Das war eigentlich nicht zu knapp. Ja, das ist gut. Oh, jetzt hätte ich die Idee gekriegt. So, da ist der Stream. So, Hand Nummer 56. Das Ende, das große Finale unseres Teams. Bist du zum Ende dabei? Wie geht's? Immer nochmal auf jeden, oder? Klaus ist dabei. Du bist dabei. Das Film ist dann auch zu Ende. Was muss ich so mal absagen? Präsent ergeben, oder? Du bist doch eh schon ein Frühstück, wie nachher siezen. Mit Anstand. So, und wer froh, jetzt kann ich schon mal ein Stück da und frage mich gleich. Ich kenn die Stats. Also, letzte Hand der Episode, letzte Hand der Staffel, die letzte Hand nochmal die Bilanz zu verändern. Dafür bin ich zu wenig da, oder? Jens müsste zweier sein. Hörtlich? Also, der Kevin fabuliert schon über das Gesamtergebnis, der Season. Wer im Plus, wer im Minus ist. So viel kann ich aber verwenden, der Baumeister hat gut abgeschnitten. Das war nicht so oft gespielt, aber wenn, war da immer gut im Plus. So, Last Hand im Stream. Immer noch ein paar spekulative Hände dabei. Also, da könnte noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, ich steige die gleich mal wieder ein mit einem Race. Wie das, Lute die Junge. Kevin mit der Teilbet. Da will er nochmal was zeigen, hier zum Schluss der Kevin. Oh, jetzt muss ich selber noch mehr spielen. Wie viel? 2,10. Ja, nur 2,10. Wir haben einen rüberrecken. Ich habe bis jetzt keiner weggemacht. Jetzt haben wir den Unwetter. Alles verletzt. Und wir haben die Straße. Hat ziemlich viel Spiel. Thomas und Björk auch nochmal dabei. Ich habe mich auch zu weit. Und jetzt hoffe ich auch einen guten Flop. Deswegen bin ich auch ein bisschen stiller drauf. Hat sich gewinnen. Für den Spielen. Ja, okay. Deswegen habe ich noch einen Ring. Ja, jetzt nicht mehr gekriegt. So, boah. Ui, ui, ui. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Kevin, der Nase ist gut. Also, Klaus und F8. Hier wird sich floppen beide in eine Flasche. Jetzt gucken wir, was passiert. Klaus spielt an. Ja. Warum ist meinst du nicht weg? Hot Sides. Das ist natürlich ein Brett. Von Klaus hier. Ja, ja. F78. Hat nicht viel mehr als die Bett von Klaus. Fällt es natürlich rein. Kein Kreuz heute. 16, 19. Ja, da geht ein Raunen. Raunen durch den Raum. Also, kannst du nichts machen mit F8. kannst du dann nicht weglegen. Kannst du jetzt nur noch auf den grünlichen Kreuz hoffen. Welche? Ja, dann ist vor allem die grünliche Kreuz war. Dann wäre irgendwas komisch. Ja gut, weil er wollte ja nur zählen. Nice hand. Nice hand. Also, Klaus gewinnt die letzte Hand in der Episode, die letzte Hand in der Staffel und dann auch noch Flash over Flash. Nice hand, nice hand. Macht er gut. Glückwunsch, Klaus. Stabilere Episode, muss ich einfach mal sagen. Ich glaube, Klaus hat am stabilsten gespielt in der Folge. Ein paar Mal ein bisschen overbred, aber hat er gut gemacht. Ja, für uns geht jetzt die Episode und die Staffel zu Ende. Die Spieler machen gerade noch die Chip-Counts. Dann gibt es die große Abrechnung zum Schluss. Die lenne ich euch gleich ein. Noch kurz zwei Worte zu der Season. Wir werden noch eine Abschlussfolge machen, der Kevin und ich, wo wir dann nochmal ein Review machen und die Gesamt-Winnings nochmal sezieren werden und natürlich unsere Awards verteilen, die heißbegehrten. War eine coole Session, so viel kann ich schon mal sagen. Hat Spaß gemacht, auch wenn es technisch sehr herausfordernd war, weil wir doch einiges umgebaut haben und einiges nicht funktioniert hat. Werde ich aber auch nochmal aufgreifen dann noch sitzen können. Insgesamt aber auf alle Fälle schon mal ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgespielt und mitgemacht haben. Sonst hätte man das natürlich gar nicht machen können, ohne die ganzen Spieler, die immer hier mitgemacht haben und auch die von euch, die zugeguckt haben. Anstrengend war es. Es waren ein paar Wochen, ein paar Monate, bis wir das jetzt alles über die Bühne gekriegt haben. Auch Terminfindungen waren immer ein bisschen schwierig, aber ich bin froh, dass wir jetzt eben diese letzte Episode im Kasten haben und ich die jetzt auch nachkommentieren konnte und somit ist die Season zu Ende. Wie gesagt, am 14.9. geht dann schon Season 3 los und da hoffe ich dann, dass wir dann ein bisschen besser technisch vorankommen. Genau. Jetzt gucken wir aber mal, wie die Staffel ausgegangen ist. Ihr habt es ja gesehen. Actionreich war es ohne Ende. Gucken wir mal, wer erfolgreich war, wer viel gespielt hat, wer wenig gespielt hat. Dass der Klaus gut abgeschnitten hat, ist klar. Nicht nur, weil er die letzte Hand gewonnen hat, der hat einfach gut gespielt. Also, ich gehe mal am PC und wir schauen uns mal die Statistiken an. Aber es läuft noch eine Stunde, oder? Der V-Pip. Wer hat die meisten Hände gespielt? Birk. Ja, ich habe es ja gesagt, 77%. Der ist nicht zu stoppen. Der Rest um die 50%. Und eigentlich nur der Bra Maroon, der hier ein bisschen kontrolliert gespielt hat mit 31% V-Pip. PFR. Auch hier ist Birk ganz oben. 24%. Also 77%. 24% sind schon crazy Stats. Und ansonsten alle kontrolliert. Knut am wenigsten geraced. Aber immerhin 10%. Schon ganz ordentlich für Knut. Winrate. Das spiegelt sich auch wieder. Dass Maroon hier die meisten Hände gewonnen hat. Und ja, F78 hat hier nicht so viele Hände gewinnen können. Hat auch nicht so viele gespielt. Die Standings zum Schluss. Klaus ist der Sieger der Episode. 4,5 Lagen im Plus. Maroon noch 2,5 Lagen im Plus. Hat ziemlich abgeschenkt. Baumeister hat sich noch anstelle 3 katapultiert. Der Rest in den roten Zahlen. Jörg, nachdem er massiv im Minus war, hat er sich wieder auf Minus 18 stabilisieren können. Und Knut schließt die Session ab mit Minus 27. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum Staffelfinale. Haut rein. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Ciao, ciao. Einen schönen Tag.